So, damit geht's los. Ja, Technical Difficulties, aber jetzt sollte eigentlich alles am Platz sein, jetzt sollte eigentlich alles passen. Und wir können loslegen mit einem... Ja, sorry, ich darf hier nicht rausklicken. Mit einem sehr interessanten Randomizer. Wir sehen gerade eben, es handelt sich hier um Super Metroid. Ganz normal, wie beim Zaubertrick, ganz normales Super Metroid. Keine Tricks, kein nichts. Und wir starten einfach mal. Und ich werde jetzt gar nicht so viel über diesen Randomizer verraten, sondern wir werden dann einfach gleich sehen, was die Magie des Ganzen ist. 16 Mal, den Tag, an dem ich die letzte schriftliche Prüfung geschrieben habe. Okay, auch nicht schlecht. So, und ja, grundlegend geht es hier auch mehr um Super Metroid, sagen wir es so. Das ist ein bisschen schwierig, das zu sagen. Oh, Magie, Raumstation fehlt, ja. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal den ganz normalen Weg, wie es jeder kennt. Egal in welchem Randomizer oder im normalen Spiel, gehen wir erstmal nach unten. Und holen uns mal unsere Start-Items. Die Sache ist auch, alles ist gerandomized. Ähm, das heißt, äh, wir werden unten auch nicht den Morph-Ball finden, sondern irgendwas anderes. Und schauen wir mal. Es sieht aus wie ein ganz normales Super Metroid. Ein Plot Twist, es ist es auch, ja. Das wäre so gut, wenn es aber bloß ein normaler Super Metroid wäre. Ich habe übrigens den Hack jetzt, also ich habe einen anderen Seed angespielt. Aber den Seed jetzt noch überhaupt nicht. Deswegen weiß ich jetzt auch noch überhaupt nicht, was uns hier erwarten wird. Ja, gut. Und wir bekommen hier 5 Arrow Capacity. Die bringt uns natürlich sehr viel. Samus hat ihren Blaster jetzt zurückgelassen. Und ja, ist jetzt halt auf Pfeil und Bogen umgestiegen. Und leider hat sie den jetzt noch nicht. Aber wir können jetzt auf jeden Fall 5 Pfeile mehr tragen. Das ist schon mal ziemlich gut. Okay, ich wusste nicht, dass das erste Item schon so ist. Gut, okay. Ist das etwa nicht das normale Super Metroid? Vielleicht nicht. Uh, oh, die hätte ich gerne. Was für ein Twist, ja. Äh, das geht mit so einem Dings... Oh, geht das? Das ist irgendwie so in die Hocke und dann... Oh, das geht, oder? Ich weiß es gar nicht. So kommen wir ja ein bisschen höher, nicht wahr? Ich habe das selber noch nie wirklich gemacht. Ansonsten, ich weiß, dass es mit dem Dings geht. Dass es mit einem... Mit so einem kleinen Krabbelvieh geht. Mit so einem Stachler. Die behalten wir uns jetzt mal. Weil wie gesagt, Super Mario Siles wären ganz praktisch. Ich glaube, euch brauche ich nicht oder dich brauche ich nicht. Okay. Schau mal. Dich müssen wir jetzt dann nur abpassen. Und dann müssen wir da rein Damage boosten. Ja, weil das geht gerade so nicht. Nein! Ah, shit! Der zweite müsste aber noch da sein, oder? Ja. Wir probieren es nochmal kurz. Ansonsten lassen wir es einfach hinter uns. Ähm, aber ja. Das finde ich jetzt natürlich sehr interessant. Das war da jetzt schon mal... Ah, ich hätte mir ein... Verdammt. Ich hätte mir eigentlich eine Notiz aufmachen sollen. Warum nicht Bombjumpen? Wie denn ohne Morphballen und ohne Bomben? Das ist... Zeig mir... Oh, ups. Zeig mir mal den Trick. Hehehehe. Mist. Wir haben nichts. Kuma. Kuma. Ich will jetzt gerade eben bloß für den Anfang mal... Ähm... Das haben. Aber wie gesagt, ich habe das halt noch nie gemacht. Ja, das wäre es gewesen. Aber ich war halt zu langsam. Ne, das lassen wir jetzt gerade eben auch. Das ist ein Trick, den ich jetzt nicht wirklich drauf habe. Ich hoffe mal, wir brauchen die Supermissiles nicht. Wo sind die Pfeile hin? Hehehe. Was ist das? Ich habe nicht so viele Optionen von geschenkt. Du musst mir kein Geschenk holen. Meine Güte, keine Sorge. Wir probieren es noch einmal. Ich habe voll nie nachgedacht. Die Pfeile werden wir später noch finden. Hehehe. Das ist so. Yes. Sehr schön. Okay. Wir haben Supers. Die können schon mal helfen. Die Sache ist... Zeit für ein Full H4. Die Sache ist... Damit kommen wir hier unten aber noch nicht wirklich weiter. Und deswegen müssen wir uns andere Wege suchen. So. Gehen wir wieder nach oben. Wir haben, naja, fünf Pfeile bekommen und fünf Supers. Ich... Kann ich das gerade eben irgendwie machen? Was passiert dann? Ne, halt. Ich öffne einfach das. Das sollte auch gehen. Ich öffne mir mal kurz ein Dokument. Damit ich mir so Sachen aufschreiben kann. Der Pfeuer hat es geschafft. Äh... Ja, wobei. Das muss ich mir jetzt eigentlich nicht aufschreiben. So passt. Halt so wichtige Sachen. Weil ich habe jetzt gerade eben keinen Tracker da drin. Aber dass wir so ein bisschen wissen, was wir so alles dabei haben. Die Supers sieht man ja jetzt noch. Aber so gerade später. Könnte es ein bisschen kompliziert werden. Kann ich dir Chloroform zum Geburtstag schenken? Nein! Von mir kriegst du die Katze. Die habe ich aber bezahlt. Du schenkst mir eine bezahlte Katze zum Geburtstag? Ja, toll. Okay. So, gehen wir wieder den Schacht nach oben. Nachdem es da ohnehin ja nicht so erfolgreich war. Psst. Aber wir hätten jetzt sogar andere Optionen. Wir können jetzt da sogar am Landeplatz entlang gehen. Von mir gibt es ein Like auf ein Video deiner Wahl. Sehr interessante Vorschläge, die es hier so gibt. So. Und ja, da würde ich mal sagen, nachdem wir... Wie gesagt, wir gehen jetzt mal nicht oben durch. Nachdem wir mal ein bisschen hier in Super Metroid waren, lassen wir jetzt mal ein bisschen Magie walten. Und damit sind wir in A Link to the Past. So. Jetzt können wir uns hier mal ein bisschen was holen. Wir gehen erstmal da rüber. Ich hoffe übrigens, ihr kennt alle A Link to the Past. Das wäre sehr hilfreich. Was? Oh ja, die Kiste im Haus, genau. Mind ist gleich blown. Und wir haben fünf Missiles gefunden. Nice. Also, um das Ganze zu erklären. Das ist tatsächlich ein Crossover-Randomizer. Genau. A Link Between Worlds. Das heißt, Super Metroid und A Link to the Past sind jetzt gerade eben zusammengemerged, theoretisch. Wenn ihr StarCraft kennt, dann theoretisch wie zwei Templer haben sie sich zu einem Archon entwickelt. Und die ganzen teilen jetzt die Items. Das heißt, wir haben gerade eben fünf Error Capacity gefunden. Wir haben hier gerade in der Kiste Missiles gefunden. Und die werden jeweils auf das andere Spiel dann übertragen. Und deswegen müssen wir jetzt halt alles auch in den anderen Spielen finden, damit wir irgendwie vorankommen. Das heißt, es wäre jetzt hier schön, wenn wir irgendwas bekämen, das uns in irgendeinem Spiel weiterbringt. Der Morph Ball zum Beispiel wäre super. Das wäre ein super wichtiges Item. Schauen wir mal, ob wir das finden werden. Wie gesagt, ich hoffe, ihr kennt alle A Link to the Past. Weil wir werden hier ziemlich viel rumswitchen. Ich glaube, bisher gibt es bloß gewisse Punkte, die einen rüberbringen. Den einen Punkt zum Beispiel kannte ich. Alles andere kenne ich aber nicht. Also, das jetzt alles hier ist blind. Ich weiß auch nicht, wo es wieder zurück nach Super Metroid geht. Die Sache ist, das Ganze ist noch in der Beta. Das heißt, da wird später noch sehr viel mehr dazu geben. Und das kann das komplette Chaos geben, was man hier machen kann. Weil, wer sich so ein bisschen in der Randomizer-Szene von A Link to the Past auskennt, es gibt zum Beispiel auch Animizer, wo die Gegner alle getauscht werden und sowas. Und diverse andere Sachen. Also, da kann man noch super viel reinpacken. Das ist gerade bloß das Grundpaket. Und schon das ist großartig. So, Onkel. Was hast du von mich? Ja, hör auf mich zu zu quatschen. Gib mir das Zeug. Ja, fünf Rubines. Nice. Dankeschön. In welchem Spiel kann ich dann einen vernünftig aussehenden Gravity Suit für RDM finden? Ich weiß es nicht. Ich kenne den Door-Randomizer. Na, es ist ja an sich ein Door-Randomizer. Bloß ein bisschen erweitert. Wow. Der Typ hat mir genauso viel geblieben. Oh, ein Schwert. Oh, ein Schwert ist praktisch. Oh, sehr schön. Okay. Jetzt wird der Link to the Path schon mal sehr viel leichter, weil wir endlich ein Schwert haben. Das beste Geschenk, wenn dir jemand einen Stein durchs Fenster wirft und auf dessen steht, ich übernehme die Kosten. Ist zumindest schon mal ein netter Anfang. So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt auch gleich runter in den Kerker und holen uns dort die Items. Oh Gott. Schauen wir mal. Ein Door-Randomer heißt ja, jede Tür führt zu einer zufälligen anderen Tür. Genau, die Türen werden gemischt. Und das ist hier an sich auch. Seven mit dem Schwert einfacher. Man soll es nicht glauben, aber es ist so. So. Das Problem ist, ich habe eine Weile lang Link to the Path nicht mehr gespielt. Das heißt, da könnte ich natürlich jetzt ein bisschen Probleme bekommen in den Sektionen. Eine 1A-Randomizer-Idee auf jeden Fall. Das ist richtig gut. Es ist... Man muss erst mal auf die Idee kommen, dass das überhaupt funktioniert. Nein, nur bei bestimmten Türen, wie es aussieht. Gerade eben noch. Es ist halt einfacher, wenn du sagst, okay, du hast bestimmte Teleporter. Das... Später ist es ja... Also später kannst du es machen, dass zufällig Türen überall umführen. Du musst jetzt halt dem Randomizer gerade in Regeln schreiben. Und das war einfach bloß mal... Das ist jetzt gerade bloß an sich eine Demo. Swordless ist der Shit. Ich kann das Spiel tief und tief nicht Swordless durchspielen. Wie gesagt, ich habe hier gerade im Casual schon Probleme. Vor allem nicht ohne Bomben oder sowas. Ach, verdammt. Ich will die eigentlich nicht alle umbringen. Egal. Also wie gesagt, da wird noch viel kommen. Das ist jetzt halt echt bloß... Ähm... Vier Beta-Seeds, Theoretta-Steben, mal rausgehauen worden. Au. Au! Bombs only. Na, wir werden sehen. Ich muss sagen, äh... Bombs wären super für... für Metroid. Das würde ich mir wünschen. Nicht vergessen, wir suchen hier gerade natürlich auch nach Metroid-Items. Wenn ich hier jetzt eine Bombe oder so bekomme, dann gehe ich natürlich direkt wieder zurück. Oder Morphball und Bombe. Und... Oh, mit da ein paar mehr Items. An den Spielen an sich ist aber nichts geändert, außer den Items. Nein. Noch nicht. Sagen wir so. Ah, was ist Rubin denn überall? Das ist alles noch dasselbe gerade eben. Deshalb habe ich zwei Schlüssel. Keine Ahnung. Da hat man halt bloß einen. Habe ich gesagt, da hat sich bisher noch nichts geändert. Ne, die Keys sind auch... Also es gibt ein, ähm, Key... Key Sanity nennt sich das, wo die Keys gerandomized sind. Äh, das ist hier aber auch nicht so. Also die Schlüssel und sowas sind immer noch in ihren richtigen Positionen. Für die... Für die Dungeons auch. Sollten sie zumindest. Aber ansonsten hätte ich eine Nachricht bekommen, wofür die Schlüssel sind. Okay, nice. Sehr schön. Ich habe die Bomben gefunden. Oh, halt, warte, falsches Spiel. Mehr Missiles. Verdammt. Übrigens, das Problem an der ganzen Sache ist, dass, wie ich das mitbekommen habe, dass das Ziel des Spiels ist, beide, ähm, beide Bosse zu erledigen. Also theoretisch beide Spiele zu beenden. Und das wird natürlich dementsprechend knifflig. So, hier unten war leider gar nichts. Gehen wir wieder nach draußen. Und gehen... Gehen wir durch den Thronraum? Ach, deswegen haben wir noch den Schlüssel für die Kanalisation, nicht wahr? Ich meine, da ist auch noch eine Kiste und dann hätten wir das hinter uns. Ich glaube, das machen wir. So. Wieder nach oben. Dauert das halt eine Weile. Wir hätten uns an sich auch sterben lassen können. Ja, das ist... Das wird halt echt, echt heftig. So ein... Schon ganz normal, so ein Seed an sich ist schon echt nicht, äh... Nicht einfach. Ja, okay. Mehr Geld. Und wie geht das eine Spiel weiter, wenn das andere fertig ist? Ähm, wenn du Ganon besiegst, bevor Mother Brain besiegt ist, dann wirst du einfach wieder zurück teleportiert. Wenn du Mother Brain besiegst, bevor du Ganon besiegst, dann musst du die Flucht machen und dann wird alles theoretisch wieder resettet. Also dann bist du theoretisch wieder vor der Flucht. Ich glaube, ich weiß es nicht, ob du Ganon vor Mother Brain besiegen musst oder ob es egal ist, wie rum. Also ob du an sich, ähm, Super Metroid zuerst fertig machen musst. Keine Ahnung. Das kann ja ein Spaß werden, besonders Link to the Path, da man, ähm, einfach alle Sequels ablaufen muss. Ja. Ne, gut, in Super Metroid musst du auch alle Sachen, alle Sequels ablaufen. Oh Gott, es ist ja dunkel. Ja, logisch. Oh, und ich wurde jetzt schon lang geschubst. Ich hab so überhaupt keine Chance. Okay, da bin ich. Ne. Stirbratte. Ah, ne, das kann ich nicht. Stimmt, hab ich ganz vergessen, es ist ja dunkel. Keine Chance. Kann ich hier nicht wieder raus? Äh. Ich müsste hier nach oben gehen, bin ich hier richtig? Dann kann ich vielleicht sterben. Eins von beiden. Hilfe. Ah ne, da geht's nicht lang. Hier sollten wir rauskommen. Ne? Doch nicht? Verdammt. Ich hab noch einen Schlüssel. Äh. Oh Gott. Ich hab grad ein kleines Problem. Aha. Müssen wir denn jetzt? Oh Gott. Hallöchen, so ein Lock. Schönes Malbes. Da kommen wir wieder raus. Irgendwo. Oder? Hilfe. Hier irgendwo. Und muss man die Escape Sequence, äh, bei der einen Möglichkeit dann zweimal machen? Oder ist es sobald beide, boah, so tot ist, fertig. Ich weiß es grad eben nicht. Ich hab so'n, so'n, ähm, so'n Randomizer noch nie zu Ende geguckt. Ah, ich glaub' ich bin wieder draußen, oder? Ne. Hat aber nur aufgehört. Hilfe. Oh, das hat grad ein anderes Geräusch gemacht. Ach, komm ich hier gar nicht mehr raus? Verdammt. Ich müsste mir grad ne Karte runterladen, um zu wissen, wo ich bin. Ah. Daran hab ich echt nicht mehr gedacht, dass es hier ja dunkel ist. Und ich kann mich grad auch nicht umbringen. Das ist das Problem. Ne, also wenn, dann brauch ich kurz ne Karte. Weil ich hab grad keine Ahnung, wo ich bin. Einen Moment. Ähm. Äh. So, schauen wir mal. Genau. Wo genau befinden wir uns? Gibt's hier irgendwo ne Karte? Karte, Karte, Karte. Ich hab' nach ne Karte gesucht, du dummes Spiel. Äh, du dummes Seite. Du dummes Spiel. Toll. Ja, das bringt mir halt gar nichts, wenn ich jetzt weiß, wo ich, was ich tun soll. Das ist alles nicht das, was ich, was ich, was ich zu tun hab, aber wie gesagt, nicht wie. Nee, das ist der Jungs. Nee, das ist der Jungs. Das da, oder? Das wird es doch wohl sein. Jetzt ist es weg. Das müsste es sein, aber ich bekomm's grad nicht größer. Wie gesagt, es geht sofort weiter. Sorry. Nope. Ich bekomm's grad nicht größer. Verdammt. Ähm. Karte, Karte. Es kann doch nicht so schwer sein, so ne Karte davon zu finden. Hm. Vor allem halt nicht in groß. Das gibt's doch nicht. Ich hätte schwören können, dass es davon irgendwo ne Karte... Es gibt von jedem Dungeon, seh ich grad ne Karte, aber nicht von der Flucht grad eben, das Wichtigste. Hä, hä. Ähm. Hm. Schwierig. Alter, halt herauszufinden, was sich da befindet. Wieso kann ich da... Wieso find ich da dann nichts? Ach, das ist das. Das ist halt bloß... Ah, okay. Das ist trotzdem so super klein. Nee, das bringt mir überhaupt nichts. Ist das schade. Das bringt mir jetzt schon ein bisschen mehr... Oh. Ah, jetzt. Okay, okay, okay. Wir haben's, wir haben's. Mehr oder weniger. Das müsste doch der Eingang sein, oder? Schau mal. Ansonsten dürfte da eigentlich nichts sein, nee. Okay. Das Ganze sollte also mehr ein X sein. Anderes Game. Wo zur Hölle bin ich jetzt gerade eben? Müsst du irgendwie wieder runterkommen. Ich bin nur nicht am Rand des Bildschirms, nicht wahr? Hä? So, jetzt. Jetzt bin ich hier im unteren Bereich. Ah, das sind keine... Hä? Nee, das kann nicht sein. Das muss nochmal was anderes sein. Weil es sind keine Mäuse. Verzeichnet. Gibt's dann nochmal einen Bereich? Oder sind das... Nee, das sind Schlangen. Ja, das war jetzt gerade eben an sich eine Falle, sage ich jetzt mal. Da bin ich blöd reingelaufen. Und ich komme halt auch nicht mehr raus, das ist die Sache. Das ist komische. Jetzt sind wir wieder ganz unten. Und hier müsste ja doch eigentlich die... Weißt du, ich will halt auch einfach wieder raus, aber es geht nicht. Da, ich glaube, es ist halt einfach... Müsst du einfach irgendwas drücken? Ah, guck mal. Okay. Ja gut, wir haben eine Karte. Zumindest von dem Bereich. Das heißt, oben rechts sollte eine Tür sein. Aha, ja, okay. Ah, jetzt. Sind wir jetzt vielleicht irgendwo, wo... Okay. Ich spiele jetzt gerade nur nach Karte, oh Gott. Okay, jetzt sind wir in ein Gebiet mit... Ja, wenigstens haben wir noch nice Musik dabei. Das ist aber halt gerade nicht das, was ich... Oh, ich habe Bomben, nice. Ja. Oh Gott. Na gut, ich kann auch... Ja, dann sterbe ich halt. Ach halt, sterben. Was heißt jetzt sterben? Das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Okay, wir starten aber wieder hier. Ja, gut, okay. Das ist dann natürlich gar nicht so schlimm. Gut, ähm... Ich kann leider... Die dunklen Räume gerade eben nicht machen. Vor allem, ich weiß gerade eben nicht... Die Karte bringt mich nicht unbedingt weiter. Das ist das Problem. Nein, wir spielen die Randomizer nicht blind. Wir gehen jetzt hier nämlich weg. Wir suchen uns erst ein paar andere Sachen. Und vielleicht finden wir ja die Laterne. Dadurch sollte das Ganze sehr viel leichter gehen. Ach Gott, jetzt muss ich mir ja auch wieder in den Kopf... Uh, danke. Jetzt muss ich mir auch in den Kopf rufen, wo wir alles... Die Sachen haben. Und ich weiß gerade im Echt nicht, wo es noch alles, ähm... Rüber wechselt. Ich glaube nicht, dass es der einzige Punkt ist, wo gewechselt wird. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo sonst noch. So, wir machen jetzt auf jeden Fall mal auf dem Weg nach Kakariko. Damit wir uns dort noch ein paar Items holen können. Ja, volle Magie ist toll. Pfeile, ja... Alle super. Es ist schon mal schön, dass wir die Bomben haben. Das ist schon mal sehr praktisch. Äh... Ach, jetzt kommen wir von unten. Ah, okay. Ja, gut. Halt, das können wir auch noch nicht machen. Verdammt. Doch, können wir. Wir haben die Bomben. Wir haben die Bomben. Sehr schön. Öffnen wir das. Und gewinnen das Rennen. Naja, wir haben jetzt eine Bombe verschwendet. Das war eigentlich ein bisschen blöd. Wir werden zuerst gucken können, was die... Was die Sachen sind. So, ich glaube, der Weg ist der schnellste. Hier so entlang. Ähm... Ah, nein, nicht das Rücken. Darunter. So rum. Oh! Plasma Beam! Na, wenn sich das nicht gelohnt hat. Nice. Okay. So, wir können mal so ein bisschen... Das könnte ich machen. Wir können mal so ein bisschen abgehen, was wir schon haben. Ich liebe den Sound, wenn man einen Rundumheb ausführt. Das ist sehr cool, ja. So, wir haben... Ähm... Das Schloss... Äh... Ja, komm mal einfach... Guck mal, ich habe ein X. Noch nicht. X... So. Wenn im Truhen-Mini-Spiel ein gutes Item wäre. Na gut, dafür haben wir noch nicht genügend Geld. Ich zünde auch immer Bomben mit den Häusern von Fremden. Na, die wollen ja wieder zusammen. Das waren ja zwei Brüder, die wieder zusammen wollten. Oh, Charge Beam! Verdammt! Ah! Wir brauchen... Wir brauchen die Schuhe, um Charge Beam zu bekommen. Verdammt! Das ist jetzt natürlich ein Problem. Ah, Charge Beam wäre schon gut. Charge und Plasma wäre super. Damit können wir richtig viel anfangen. Damit wären eigentlich alle Bosse fast schon erledigt. Ja, mal schauen, was wir noch so finden. Was haben wir gerade bekommen? Was war das? Verdammt, ich habe nicht hingeguckt. Ich... Das macht halt kein... Es zeigt nicht an, was es war. Hat das jemand gesehen, was es war? Was ist das? Oh, ich habe noch... Oh, ich habe noch... Muss irgendwas für Dings gewesen sein von Metroid, weil wir haben jetzt gerade ansonsten nichts mehr. Okay, wir haben auch bloß... Wir haben zwei Kristalle hier. Interessant. Ah, nein. Das war doof. Das war richtig doof. Ach, die Bombe hätte ich hier gebraucht. Ja, wir können uns hier welche kaufen. Halte Taste. Was ist der erstes, der bei manchen Streamern zum Darmat wird? Das war bestimmt irgendwas. Hat niemand hingeguckt, was es war? Weil das wäre halt interessant gewesen. Ja, gut, das müssen wir jetzt nicht unbedingt öffnen. Warte mal, da ist... Hä? Da ist doch nicht der Shop drin. Oder? Denke ich jetzt gerade an was anderes? Ah, ja, das ist dann hier oben. Ich habe gerade den Blob. Okay. Also wissen wir jetzt nicht, was es ist. Ja, gut, okay. Müssen wir mal gucken. Ah, okay, hier ist es. So, weg, Hühner! Wir haben hier zu tun. Mehr Rubi, ne? Ne. Ich meine, solange wir die alle in Zelda finden und nicht in Metroid, ist es ja irgendwie gut. Geht zu schnell von meinen Augen, okay. Ja, ich habe halt kurz nicht hingeguckt, deswegen. Ähm... Sick Hit können wir nicht machen. Wir haben keine Flasche. Okay. Ich habe das Symbol nicht erkannt. Was war es für ein Symbol? Ich meine, sobald wir wieder rüber in Metroid gehen, wissen wir es ja. Äh... Was gibt es denn hier noch so alles? In der Stadt. Äh... Wir haben keine 100... Rubine für den... Für den Händler. War da oben nicht was? Ich habe vergessen, was alles hier in der Stadt war. Ne. Ich bin mir sicher, ich hätte Powerbomben sein können. Ich kann mich aber nicht zu 100% mit den... Ah, Items aus. Na, großartig. Okay. Ja, gut, dann. Wir werden sehen. Da müssen wir nicht rein. Da müssen wir rein. Kann es nicht beschreiben. Okay. Kein Problem. Wir finden es schon raus. Wie gesagt, das war ja nichts für Zelda, also müsste es eigentlich was für... Metroid gewesen sein. Ähm... Dich runter. Dich runter, dich rüber. Nicht wahr? So rum. Ein Rubin. Krasse Sache. Oh, Speedbooster. Speedbooster ist gut. Oh, und das Käfernetz. Okay. Und Herzteil. Okay. Das ist interessant. Interessante Sachen, die wir ja schon gefunden haben. Vor allem halt für... Für Metroid haben wir die richtig krassen Sachen gefunden, ne? So, das können wir mal runter machen. So, jetzt. Damit ich auch sehe, ob alles in Ordnung ist. Weiter geht's. So. Und Master Sword. Okay. Oh. Finde ich jetzt nicht schlecht. Die werden jetzt nicht respawnen, aber die werden, glaube ich, respawnen, sobald ich... Sobald ich hier wieder gehe. Okay, Master Sword ist aber sehr interessant. Damit könnten wir jetzt sogar... ...zu Agar nehmen hoch, oder? Du wirst die Ewigkeiten brauchen, um das nächste zu finden. Vielleicht habe ich in Metroid ja mehr Glück. Man braucht nur das Master Sword, um da hochzukommen. Liegt das einfach mal in der Box rum, ja. So. Sehr schön. Ein Master's Schwert, ja. Naja, ein Upgrade für unser Schwert, sagen wir so. Wir haben genügend für den Flaschenhändler. Das ist sehr schön. Komm, gib mir eine Flasche. Gib mir eine Flasche. Ja, ja, ist okay. Ein vollkommener... Der Morphball... Das ist der Morphball, ne? Uh, nice. Morphball ist sehr, sehr gut. Ja, ein Random-Typ in Kakariko hat einfach mal das... Nein! Och. Ein Random-Typ hat einfach mal sein... ...das Master-Schwert im Keller. So, wir haben einen Morphball gefunden. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Was machen wir jetzt? Gehen wir zurück zu Metroid? Wir könnten jetzt halt Dings machen. Wir könnten den... ...den Bomb-Torizo aufsuchen. Gucken, was der so hat. Ich glaub, wir sind fertig. Außer das... ...das Sick-Kit. Warte, jetzt brauchen wir eine Flasche. Dann machen wir einfach mal... Ah, nee, halt! Der Brunnen, der Brunnen, der Brunnen. Genau. Wo sind die Wachen, damit ich sie erledigen kann? Meine Güte, ich hab das Master-Schwert jetzt. Was wollt ihr? Weil vor allem in... ...in Dings... Nein, ein Master-Schwert, ja. Vor allem in Legend of Zelda wird es sehr wichtig. Ich wollt grad sagen, ich dachte gerade eben, wir würden... Uh, Blue Mail, sehr schön. Ich dachte aber gerade eben, wir würden zurück zu Metroid kommen. Ich weiß halt echt nicht, ob es mehr Teleporter gibt. Also später auf jeden Fall, aber halt jetzt noch nicht. So, okay. Zelda hast du schon gewonnen mit dem Master-Schwert. Naja. NIE TANK! Er hat ein heiliges Schwert, tötet ihn. Auf zu GANN. Ja, wenn's so einfach wäre. Wenn's so einfach wäre. Also GANN könnten wir angreifen. Also könnten wir tatsächlich verletzen mit dem Master-Schwert. Es gibt da ja bloß noch ein paar andere Probleme. Wir brauchen ja noch ein paar Kristalle, um zu GANN zu kommen. Das ist ja das. So, wir haben den Brunnen. Wir haben jetzt alles in Kakariko, außer das Kind. Und... Das ist noch nicht. Bibliothek ist auch noch nicht. Okay. Machen wir weiter. Wo gehen wir jetzt hin? Die Sache ist halt, wir haben an sich noch nichts, außer das Master-Schwert. Das ist zwar schön, aber es bringt uns halt im Moment noch eigentlich gar nichts. Oh, wir können in den Wald. Das ist wahr. Ist hier vielleicht auch ein Übergang? Oh, da sieht man auch im Übergang aus. Oh ja. Okay, wo sind wir? Ach, man kommt immer an der gleichen Stelle raus. Okay. Aha. Also jeder Dings... Ach, wird denn auch jede Map-Station dann... Oder wie? Weil das war jetzt gerade eine Map-Station. Das ist interessant. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, wie das zusammenhängt. Ich wollte noch in den Wald gehen, verdammt. Ähm... Keine Ahnung. Das ist weird. Ja, das ist richtig weird. Dass es einen jetzt mit dem anderen verbindet. Wie gesagt, ich kenne mich auch nicht hundertprozentig aus mit dem Ganzen. Also ich weiß, es ist gerade... Achso, halt. Können wir nicht hochheben. Ich weiß, es ist gerade nicht zu hundertprozentig. Ja, wenn wir schon hier sind, dann können wir auch das andere holen hier unten. Hm. Keine Ahnung. Okay. Das heißt, wir kommen an verschiedenen Punkten... Aber immer wieder zum gleichen Punkt. Es ist random, also sind immer weird. Ja, das ist wohl wahr. Also ich meine, in Metro sind wir halt gerade echt gut aufgestellt. Plasma Beam. Ähm... Ja gut, wir machen zuerst das Äußere. Ähm... Wir haben Plasma Beam, wir haben Speed Booster, wir haben Morph Ball. Ich dachte aber eigentlich, dass sie mehr... Ähm... Ja, mehr auseinander liegen. Die beiden Spiele. Also dass sie mehr verknüpft sind. Ein paar Bomben, wieso nicht? Nehmen wir mit. Haben wir wieder welche. Weil ich doch gerne in den Wald gehen würde. Äh... Soll jetzt nichts Doofes machen. Ja, genau so. Ein Herzteil. Wer hat gesagt, dass es eine Weile braucht, bis wir zum nächsten Herzteil kommen? War easy. Ich meine, mit dem Equipment... Was brauchen wir denn für den Dings? Für den Eastern Palace? Was brauchen wir da? Brauchen wir eigentlich nichts? Da können wir eigentlich hin. Ich will jetzt zuerst noch in den Wald, weil das können wir halt direkt machen. Oh, es gibt halt so viele Möglichkeiten, wie das Spiel uns abfacken könnte. Das ist halt das. Schon Chargebeam ist ziemlicher Abfack. Aber es könnte auch so viel schlimmer sein. Weil die Sache ist, wir müssen nicht alle drei Amulette holen. Aber alle... Acht... Sind acht, nicht wahr? Ne, sind sieben. Wir müssen alle sieben Kristalle holen, aber nicht die drei... Äh, die drei Talismanne. Aber wenn wir natürlich die Talismanne brauchen, um irgendwas zu erreichen, dann haben wir ein Problem. Ich würde super lustig werden, wenn jemand ins Stream kommt und sich beschweren würde, dass hier gar nicht Super Metroid gespielt wird. Ja, das wäre schon witzig. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man ganz viel Pech, äh, feststecken könnte. Kann schon passieren. Wie gesagt, das ist noch eine Beta. Also von dem her, der Seed könnte ins Nichts führen. Wobei die Seeds wurden ja in gewisser Weise, ähm, naja, vorprogrammiert, sag ich mal. Also ich glaube, die funktionieren alle. Ähm, du musst halt viele, viele Regeln schreiben dafür, für das Ganze. Das ist halt das. Das wird jetzt, ähm, was jetzt gerade eben gemacht wird mit diesem Randomizer, ist ganz viele Regeln schreiben, was nicht passieren darf. Und dann, ja, dann kann daraus was werden. Es ist aber bei jedem... Ich habe auch schon gehört, dass, Dings, dass viele Leute sich beschwert haben, dass das ja gut sein kann, dass die Randomizer oder die, äh, die Randomizer einfach an sich Müll werden. Ähm, aber das war bei jedem Randomizer in den ersten paar Versionen so, dass viele Runs einfach ins Nichts geführt haben. Weil du die Regeln noch nicht dafür hattest. Und auf irgendwas gar nicht geachtet hast, was passieren kann. So, nein, nicht das. Und Hallöchen Elding, schön, dass du dabei bist. Geh weg! Was ist das für ein komisches Spiel? Gelaber über Super Metroid. Ja, ich habe, äh, die Kommentare eben auch gesehen. Bild von Zelda, beide stehen im Titel, aber ganz schlau werde ich daraus nicht. Du wirst es gleich sehen. Wo ist, wo ist das Item? Ist ein bisschen... Ist ein bisschen kompliziert. Er hat mir einfach meinen... Lass meine Sachen in Ruhe! Blöder Typ. Wo ist der, wo ist der Pilz? Meine Vorstellung sieht es aber extrem witzig aus. Äh, ja, ist es auch extrem witzig. Es ist grundlegend, äh, grundlegend, ja, ist, ähm, Super Metroid gerade eben mit Link to the Past verknüpft. So kann man sagen. Du wirst es gleich noch sehen. Bleib ein bisschen hier, dann wirst du es verstehen. War ich... Ist hier nicht der Pilz? Oder bin ich doof? Hm. Inzwischen ist Penny ja dafür bekannt, dass er alle möglichen Metroid-Experimente ausprobiert, ja. Also super viel Skriptarbeit, ja. Dass es, wie gesagt, ab einem gewissen Zeitpunkt ist, ähm... Ah, oh, die Laterne. Yes, okay, wir können die Suas. Sehr schön. Ah, das war, das war sehr gut. Wunderbar. Wir haben aber hier noch ein bisschen was. Es blowt meins, ja. Oh, nochmal ein Herzcontainer. Nice. Leider müsste ich eigentlich noch ein Protokoll schreiben und Mathehaus-Übungen vorbereiten. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Keine Sorge, Elding, ich werde hier noch eine Weile bleiben. Das wird noch eine Weile brauchen. Oh, da wollte ich nie nochmal rein. Wir werden hier noch ein bisschen dran sein. Wir müssen an sich zwei Spiele durchspielen. Und die Items sind unter den Spielen komplett gemischt. Du kannst dir vorstellen, wie lange das brauchen wird. Ah, wir können es noch nicht lesen. Ich wollte gerade sagen, wir können zum Masterschwert gehen. Aber wir können es noch nicht lesen. Wieso sind hier so viele... Nein! Meine Bomben! Verzupf dich! Ja, nimm den Pfeil, den brauche ich eh nicht. Au. Okay, wir können hier wieder raus. Oh, wir haben die Laterne. Das ist sehr, sehr gut. Das ist ein wichtiges Item. So, das heißt, ähm, wir können... Wir haben den Wald abgeschlossen. Wir können jetzt aber die, die, äh, die Dings können wir machen. Wird das ein kompletter Run heute? Ähm. Äh, können wir machen. Also, ich hab mal Zeit eingeplant. Sagen wir so. Ich hab auch in der Ankündigung gesagt, es wird ja circa drei bis fünf Stunden. hab ich gesehen. Und da ich jetzt nicht so... Da die meisten Leute halt mehr in, äh, in Legend of Zelda fitter sind, die ich gesehen hab, ähm, kann das bei mir natürlich noch ein bisschen länger dauern. Schauen wir mal. Je nachdem, wie lange wir noch Lust haben. So. Jetzt mach dich auch ein bisschen Magie gefasst. Elding. Tadaa. Tadaa. Und wieso... Wieso ist der Automat denn immer noch aktiv? Nixios. Der Automat hat immer noch gerade irgendwas blockiert. Ich hole schon mal meine Kuscheldecke. Das Protokoll geht vielleicht nebenher, aber an, 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 ähm... Nixios ist, äh, purer Mindfuck. Mal erfahrungsgemäß, pro Aufgabe, ein bis zwei Stunden voller Konzentration. Alles, was Elding schreibt, wird gerade eben... Schalt es ab! So, wir haben den Morphball. Was haben wir denn? Ja, es ist unglaublich cool. Wir haben Morphball, wir haben... Wieso? Plasma hat mich nicht aktiviert. Okay. War das vielleicht einfach nur das Missiles, die wir bekommen haben? Wahrscheinlich. Ansonsten würde ich jetzt gerade nichts sehen. Schreibe ich zu viel? Ich habe keine Ahnung. Das ist... Wir probieren es auch gerade eben... Wir probieren es gerade eben wieder auszuschalten. Nixios hat irgendwie... am Automat rumgebastelt. Machen wir jetzt hier weiter? Machen wir jetzt noch... Machen wir jetzt noch... Machen wir jetzt noch die Truhe in... Automat ist. Es gibt komische Sachen. Automat ist an sich so ein bisschen die schlechte Nightbot-Version von Twitch. Ich hatte richtig gesehen, Super Missiles. Ja, nee, Super... Ach so, noch mal eine? Okay. Das kann sein. Es ist immer noch die Beleidigung umgehen. So. Noch mal schnell halt zum Schloss geht es auch so rum. Noch mal schnell zum Schloss. Und die Kiste dort holen. Oh, ich muss mir jetzt echt halt in den Kopf rufen, wo alles die Items waren. Das wird echt nicht einfach. Yo, Freunde. Ah. Okay. Alles fliegt irgendwie. Okay. Aber ich hoffe mal, dass du denkst, dass der Automat jetzt irgendwie wieder Ruhe gibt. Du kannst also wieder schreiben, Elding. So. Jetzt haben wir Licht. Yes. Na also. So, was war das jetzt für ein komischer Raum? Komm, jetzt haben wir halt auch das Master Sword. Das sollte jetzt auch sehr viel besser gehen. Wir holen uns mal... Halt, nee, Quatsch. So rum. Wir holen uns mal die Laterne. Können wir auch gleich Licht machen. Da sind wir ja vorhin schon runter. Genau. Und wo sind wir dann hingekommen? Ich hab nämlich echt keine Ahnung. Also das war schon der Raum, den ich gesehen hab. Ach, und das ist dann der... Ja, ja. Die Karte, die ich nämlich hatte, hat bloß ein... Ein Stockwerk nämlich angezeigt. Das wär's jetzt gewesen. Es sieht immer so easy aus mit Licht, ja. Das hier ist nämlich der Raum, den ich auf der Karte gesehen hab. Wir wären beinahe da gewesen. Das hier wär nämlich die Truhe gewesen. 50 Rubine, okay. Das war nicht ganz so schlimm. Was machen wir jetzt? Verdammt. Das ist eigentlich echt ein bisschen doof. Wir können das jetzt beenden, aber wir haben... Ah doch, wir haben Bomben, ja klar. Das geht ja. Nice. Okay. Wir können nämlich gleich dann auch noch die hintere... Den hinteren Teil fertig machen. Da gibt's nämlich drei Truhen. Sehr schön. Das geht voran. Na, au. Ja, stimmt, du denkst. Eine Ratte hat das. Duda? Nee, die hintere. Duda. Bleib stehen. Du hast keinen Schlüssel. Du hast den Schlüssel. Haha. Okay. Mich freut's einfach bloß, dass wir das grad hier machen. Das ist... Ach, das ist so schön. So. Da. Jetzt haben wir gleich... Oh. Die Wand anzuzünden ist vielleicht nicht die beste Idee. Jetzt haben wir gleich den Jackpot. Ja, der hat mir sogar eine Bombe gegeben. Sehr schön. Drei Truhen. Was bekommen wir? Die Karte von dem Bereich. Okay. Supermissile. Und drei Bomben. Okay. Da holt er sich den fetten Loot. Auf jeden Fall. Oh, und wir können natürlich gleich in Sanctuary gehen. Genau. Das passt ja perfekt. Fackel die Wand weg. Mach sie platt. So. Suas sind damit abgeschlossen. Heiligtum ist auch dann abgeschlossen. Ich müsste mal sagen, dass er weiterlaufen soll, während ich hier schreibe. Das können wir aber auch irgendwann einstellen. Ist ja jetzt nicht so schlimm. So. Sehr schön. Das ist der rechte Schalter. Yes. Okay. Wunderbar. So. Die Schuhe. Die Schuhe. Die Schuhe. Ach, Sanctuary Heart ist hier noch. Okay. Na gut. Vollkommen in Ordnung. Damit haben wir das. So. Jetzt haben wir mal so ein paar Sachen fertig hier. Das heißt, wir können jetzt eigentlich in Metroid weitermachen. Das heißt, wir brauchen erstmal wieder einen Teleporter hier rüber. Oh Gott, das wird später so kompliziert, wenn wir dann in Dark World sind, ne? Das muss man sich da mal geben. Wenn wir in der Dark World sind und dann wieder zurück zu Super Metroid müssen. Dann brauchen wir ja auch erst wieder so ein Fortune-Teiler-Portal. Das wird nicht einfach. Wo bin ich gerade? Ich kenne die Karte irgendwie überhaupt nicht. Also im Bereich. Wir sollten gleich bei unserem Haus... Ah ne. Perfekt. Wir sind da. rüber. Und wie gesagt, dann machen wir hier mal in Super Metroid weiter. Ja, jetzt haben wir 20 Supers. Okay. Wir haben also einige Supers gefunden. So, jetzt erstmal wieder hier dran gewöhnen. Und dann führt jede Map-Station wahrscheinlich... zu Legend of Zelda. Und jeder Fortune-Teiler führt dann wahrscheinlich zu... A Link to the Past. Gibt es eigentlich eine Erklärung, warum man die japanische Version genommen hat? Damit man extra wenig versteht. Es wird normalerweise immer die japanische Version genommen, weil die... Also für Runs wird die japanische Version genommen, weil sie... Weil sie A am schnellsten ist. Also der Text am schnellsten ist. Und das ist die erste Version des Spiels, die man dann auch am leichtesten... Ja, so ein bisschen austricksen kann. Also du kannst in der Version die meisten Glitches benutzen. Deswegen ist die japanische Version. Das ist die 1.0. Und wir haben in Europa gar nicht die 1.0 bekommen, übersetzt. Beziehungsweise wäre es dann ja, wenn, dann englisch. Also die amerikanische Version wahrscheinlich. Ähm, die ist schon nicht mehr so, dass du alle Glitches benutzen kannst. Und deswegen wird normalerweise die Dings, genau, die, die, äh, 1.0 genommen für alles. Dass du halt auch alles ausführen kannst. Du kannst an sich ja auch später sagen, also beim Legend of Zelda Randomizer, kannst du ihm auch sagen, dass du tatsächlich auch Glitches benutzen musst. Oder, ähm, irgendwelche Speedrun-Stats. Ähnlich wie du in, äh, einem Super Metroid Randomizer ja auch sagen kannst, dass er Suitless Meridia machen soll. Oder Heatruns und sowas. Deswegen, da wird normalerweise immer die Grundversion benutzt. Weil die halt, wie gesagt, auch die meisten Fehler hat. So, oh, das ist voll niedlich. Ein Herzcontainer. Der sah voll niedlich aus. Okay. Wir haben einen Herzcontainer bekommen. Das ist sehr gut. Aber wir haben halt Speedbooster. Das ist richtig toll. Mit Speedbooster können wir ein bisschen Blödsinn machen. Wir haben zwar bloß ein Leben, also einen Herz, äh, einen Energietank. Das wird so schwierig, zwischen Herzcontainer und Energietank zu wechseln. Sollen wir mal. Oh, wir müssen Alcatraz machen. Haha. Ist ja doof. Ja, war ja easy. Wir brauchen jetzt halt auch den Speedbooster. Oh Gott. Oh, ich hab ewig keinen Quick Charge mehr gemacht. Den brauchen wir jetzt aber. Ach, verdammt. Das wär's beinahe. Wir haben leider noch keine Powerbomben. Hier sollte es eigentlich gehen. Hier sollte es eigentlich funktionieren. Nee. Weil direkt geht's nicht, nicht wahr? Gerade ist es noch nicht. Wenn Link, äh, was? Wenn Link Beams findet und Samus Herzen findet, dann weiß man, dass man das Crossover spielt. Ja. Wo spiel ich das eigentlich? Ja, ich spiel's auf dem PC. Yes. Sehr schön. Okay. Haben wir den Quick Charge Home bekommen. Das heißt, oh Gott, jetzt muss ich mir das wieder mit der Steuerung umgewöhnen. Das heißt, wir können jetzt hier runter und können hier mal ein bisschen weitermachen. Ja, also. Wo braucht's? Wofür braucht Samus den Herzen? Sie hat doch unsere alle Herzen erobert. Ach, oh, Super Metroid wird auch so schwierig. Ach, Gott. Das wird halt echt heftig, hier alles zu bekommen, ne? Das wird echt ne Weile brauchen. See und yeah, Leute. Du wolltest wohl hell schreiben. Ach, hier, okay. Ach, in der hier. Ja, okay, jetzt. Ich hab das nicht gelesen. Okay, Brinstar. Was bekommen wir hier Schönes? Warte mal, dann wäre das ja jetzt auch wieder... ein Teleporter, nicht wahr? Aber dann kommen wir hier nicht wieder hin. Oder doch? Wie ist das denn? Jetzt wird's nämlich sehr interessant. Kommen wir immer wieder nämlich oben in der Mapstation raus. Das wäre nämlich ein bisschen doof. So, bekommen wir den... Ah, das war kein Mockball. Oh, nein. Oh, nein. Nein! Ach, shit. Oh, das ist jetzt richtig uncool. Nein! Das war natürlich richtig dämlich. Was tue ich jetzt? Oh, jetzt können wir alles neu starten, ne? Oh, shit. Oh. Ja, gut, aber das wäre... Ich könnte ihn mit dem Dings öffnen. Oder? Ne, mit dem Spreaklos geht's genauso wenig. Was nun, was nun, was nun? Was kann ich tun? Vor allem, ich komme hier auch nicht raus. Belastend. Ja, so kann man es auch nennen. Ich muss... Ah, Portion in der Active Verkehr. Das kann man mal wegmachen. Ich muss, ähm... Äh... Ich muss resetten. Ich weiß nicht, was dann passieren wird, aber ich muss resetten. Ah, super ärgerlich. Weil ich glaube, der speichert bloß Super Metroid ab. Weil das Spiel ja an sich auf Super Metroid basiert. Ah, tut mir echt leid. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Dass wir noch keine Bomben haben. Ein Energy... Okay. Das sieht ja gut aus. Ach, es wird gespeichert scheinbar. Uh, okay. Oh, ich glaube, das Spiel ist super nett. Ja, wir haben noch alles. Oh, Gott sei Dank. Oh, sehr schön. Okay. Wie gesagt, das wird hier alles gespeichert scheinbar. Sehr, sehr schön. Gut, dann können wir da bloß noch wieder rein. Aber ansonsten passt alles. Oh, ich dachte schon, wir können halt echt alles nochmal neu machen. Aber da ist das Spiel sehr gnädig. Puh. Oh, nochmal Glück gehabt. Alles gut. Wir müssen nicht alles nochmal neu machen. Oh, okay. Ich dachte schon. Ah, je. So. Dann. Ach so. Das haben wir jetzt alles nicht geholt. Waren wir nochmal im Schiff? Nee, oder? Hä? Ach, wird jedes Mal gespeichert, wenn man überswitcht? Oder habe ich im Schiff gespeichert? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht habe ich auch das Unheil noch verhindert, indem ich im Schiff gespeichert habe. Weil das ist jetzt alles neu. Ich weiß es gerade eben nicht. Ach so, habe ich mir dann... Ja, ob ich den Herzcontainer jetzt geholt habe, weiß ich nicht. Verdammt. Müssen wir gleich nochmal nachgucken. Aber zumindest, wir haben das meiste Zeug noch. Das ist ja schon mal das. Bei jedem Switch wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wozu spielt man im Haar, wenn man sich die gewollten Items einfach per Cheat-Hack besorgt? Das ist eine sehr gute Frage. Okay. Wir können dann gleich nochmal zurück. Das war natürlich auch interessant, muss man sagen. So, wir machen jetzt keine Tricks, kein Nichts. Wir laufen da einfach drüber. Wir haben ja einen Speedbooster. So, na also. Das wäre es ja schon gewesen. Ich hätte einfach bloß nicht so doof sein sollen. Oh, Bumerang. Ah, den kann man gebrauchen. Bumerang ist nie verkehrt. Wir brauchen... Oh, Tempered Sword. Oh, nice. Sehr schön. Also, ich weiß, dass da jetzt noch Items drin sind. Wir können sie halt gerade noch nicht holen. Aber Tempered Sword ist jetzt schon richtig gut. Sehr, sehr schön. Es ist halt so krass, dass in Metroid ja alle Items angezeigt werden. Und ein Pfeil. Krasse Sache. Pau-Bombe wäre toll gewesen im Spiel. Just saying. So, können wir uns da rüber teleportieren? Ach, nee, halt. Ach, wir müssen dann zuerst wahrscheinlich hier rüber, oder? Ähä. Wie süß diese winzige... Nein! Fuck! Oh, Mann! Was ist so dämlich? Ähääh. Okay, wir brauchen so dringend die Bomben. Oder irgendwelche Bomben. Mann! Wird immer besser, ja. Als ob ich dran denke, dass man dafür Bomben braucht. Okay, wir müssen zurück... Ja, aber... Wir müssen an sich zurück zu Legend of Zelda. Ja, wir brauchen die Bomben. Und die müssen hoffentlich... Ah, sie können auch unten sein. So. Wir holen uns erstmal den Energietank hier unten. Damit wir hier oben alles abgeschlossen haben. Weil ich will hier nichts irgendwie zurücklassen. Der Dragon bringt sich in unlösbare Situationen, Stream. Ja, das ist nicht meine Schuld. Das Spiel ist Schuld. Ich nehme mich noch an den Rotated Item Door Randomizer. Wo du dich in diesem Raum auch eingebaut hast. Das war so unerwartet frustrierend. Weiß ich jetzt gerade eben gar nicht mehr. Das war ein verrückter... Ja, das war ein definitiv verrückter Randomizer. Der ist fast noch verrückter jetzt gerade eben. So, Alcatraz. Verdammt. Achs. Also jetzt wird es langsam ein bisschen lächerlich. Ich habe vorhin bewiesen, dass ich es aufs erste Mal geschafft habe. Also aufs zweite Mal. Was zur Hölle? Vor allem, ich komme gerade eben nicht mal in den Mothball. Okay. Diesen Sommer kommt dann das hier als Race mit Sozi. Oh, bitte nicht. Du kannst es als Koop machen. Da würde ich nie hochkommen. Es ist eigentlich nicht schwierig. Man hat es ja vorhin gesehen, dass ich es beim zweiten Mal geschafft habe. Alcatraz ist das nicht schwer. Ich bekomme es halt bloß gerade null... Ich bekomme aber nicht mal den Mothball hin. Das ist das. Ach, weine Güte. Komm schon. Wieso? Hä? Ja, ich habe den Mothball. Okay. Das geht. Ich bekomme es gerade bloß da oben nicht hin. Konzentration. Das funktioniert gerade eben nicht. Und ich weiß nicht warum. Ich habe gerade vor Bloppen Miso gemacht. Und da war jetzt jeden Mal oder mehr paralysiert. So sollte Monsterjagden aussehen, ja. Komm schon. Ich verstehe gerade eben halt nicht, weswegen ich nicht mal... Weißt du, weil... Es ist... Ich fail ja gerade eben nicht den Mothball. Also, ich komme ja gerade nicht mal in den Mothball. Das ist die Sache. Hä? Ja, das war jetzt falsch. Aber gerade eben habe ich es ja nicht mal geschafft, in den Mothball zu gehen. Das ist halt das Komische. Hier ist ein Controller. Geht der? Ist er vielleicht doch nicht so gut dafür? Das ist uncool. Das ist gerade eben überhaupt nicht toll. Ja, danke. Endlich. Meine Güte. Okay, wir gehen hier nochmal runter. Weil da unten brauchen wir auch keine Bomben. Dann brauchen wir auch bloß Missiles. Da haben wir das geholt. Okay, bis später, Blob. Da unten brauchen wir auch bloß Missiles. Mal sehen, was wir da so bekommen. Bogen. Bogen wäre halt richtig wichtig. Für... Und Schuhe dann halt theoretisch für Super Metroid. Mal schauen. Wir kommen ja langsam voran. Auch wenn wir uns zweimal beinahe getötet hätten. Wir kommen voran. Ja, Bomben bräuchten wir halt theoretisch für das Spiel. Auf jeden Fall auch. Das wäre auch sehr wichtig. Mal sehen, wo die rumhängen. Ich vermute einfach mal irgendwo im Eastern Palace. Das wäre irgendwie zu witzig. E-Tank. Okay. E-Tank nehme ich. Der kann nie schaden. Das schöne an Super Metroid, dass man auch nur bloß volle E-Tanks bekommt. Nicht diesen halben Scheiß. Und ein Heart Piece. Sehr schön. Beinahe getötet. Anscheinend kann man sich in diesem Spiel ja nicht effektiv töten. Von daher alles gut. Das Töten hier ist so eine Sache. Man steckt meistens bloß fest. Warte mal. Komme ich da jemals wieder raus, wenn ich da nach oben gehe? Das wäre halt echt blöd, wenn ich... Kann ich... Ach nee, das ist der Powerbomb, wenn ich war. Ja, das Powerbomb war alles. Okay. Okay, dann nicht. Oder? Ja, okay. Mit Ausnahme von ADM, ja. Mit Ausnahme von ADM, genau. Wo ich es halt echt nicht verstehe, weswegen man das reinpacken musste. Du musst dir jetzt deinen Container selber zusammenbasteln. Das war schon was. So, wir haben aber leider immer noch keine 1500... Was? Wir haben immer noch keine... Ich bin gerade im Verwirt. Keine Bomben. Wir haben immer noch keine Bomben gefunden. Das ist die Sache, die ich sagen wollte. Schon Powerbomben wären ja super. Na, schau mal. Jedes gute Spiel hat Crafting-Elemente, ja. Ja, ja, ja. Definitiv. So, man muss einfach auf den langsamen und sicheren Weg. Na, also. Okay, können wir hier noch irgendwas holen? Bei ADM kommt ja dem Menschen, sagen wir uns etwas raus. Quasi das Kind. Also kann mir auch einfach einen netten Baukasten zum Spiel geben. Ja, wenn Link aber ein paar Bomben rüberreichen könnte. Das wäre super, ne? Aber leider geht das nicht. So, wir speichern mal, bevor irgendwas wieder schief geht. Jetzt haben wir das alles abgeschlossen. Seitdem wir in der Decke haben wir schon geholt. Das war ein super Missile-Container. Äh, wie gesagt, den habe ich schon geholt. Dahin können wir noch gar nichts machen. Da brauchen wir Powerbomben, nicht wahr? Jetzt ist gespeichert, na also. Perfekt. Dann gehen wir zurück zur Legend of Zelda und machen den ersten Dun. Ist zwar jetzt ein bisschen meh, aber gut. Der war halt echt eine meiste Leiste. Weil ansonsten... Wir können halt auch wieder runter... Ja, keine Ahnung. Wir haben halt noch nichts. Nein, das war falsch. In Legend of Zelda hat man da halt schon sehr viel mehr. Oder haben wir gerade eben schon sehr viel mehr. Dann machen wir das doch so. Gehen wir den ersten Dungeon in Legend of Zelda ab. Da können wir dann ein bisschen mehr rausholen. Vielleicht finden wir ja dort auch ein paar Items. So. Beziehungsweise können wir natürlich auch die südliche Route hier abgehen. Ach, wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, was er hier gespeichert hat. Ich denke mal, alles, was wir... Ja, das sieht ganz gut aus. Halt, Quatsch. Wir haben die Laterne. Wir haben das... Ach, das ist Level 2 Schwert. Verdammt. Ja, das reicht aber gerade eben. Wir machen es mal so. Oh. Okay, da kommen wir gar nicht entlang. Ich dachte gerade eben sowieso zu hell, damals bloß Level 2. Aber klar. Level 3 ist ja in den Brinstar. Aber gut, das ist schon mal zu wissen. Für den ersten Dungeon brauchen wir das noch nicht. Aber später dann. Gehen wir die südliche Route entlang? Wir haben Bomben. Und wir haben ein Schwert. Das sollte also eigentlich reichen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Vielleicht, wenn wir den Bogen finden würden, dann wären wir halt... Dann wären wir halt bereit. Das ist halt das. Ach, da war bloß eine... Ja, das ist eine Dark World. Verdammt. Na, egal. Das stimmt ja. Ah, wie gesagt, wir müssen ja in Sicht drei Spiele durchspielen, weil es die Dark World ja auch noch gibt. Ah, das wird so mies. Das wird so unendlich mies, hier irgendwie voranzukommen. Man muss sagen, wir haben ja jetzt schon gar nicht schlechte Sachen. Aber, ja, es ist noch ein langer Weg vor uns. So. Gehen wir hier rein. Ähm. Ach ja, klar. Wir haben ja auch den Laser. Perfekt. Ja, also. Nice. Was haben wir hier schönes? Fünf Items mussten wir bekommen, nicht wahr? Missiles. Missiles. Ach. Oh, Hookshot. Oh, nice. Super Missiles. Miss... Was zur Hölle? Wir haben vier Missiles und eine Super Missile bekommen. Ich meine, wir haben den Hookshot. Das ist richtig gut. Aber was soll der Rest? Gut, ich meine, wenn du halt so viele Missiles hast, dann müssen die irgendwo sein. Aber wieso vier in dieser Höhle? Ich habe doch den Laser gefeuert. Was zur Hölle? Die Vollladung Missiles, ja. Ich weiß nicht. Link ist jetzt gerade überfüllt komplett mit Missiles. Der arme. Der Wechsel zwischen den Spielen ist auch immer so ein toller Atmosphären-Schock. Die beiden passen aber so überhaupt nicht zusammen. Ja, das ist das Tolle dran. Dieses bunte Legend of Zelda und dieses doch düstere Super Metroid. Das hat das Großartige dran. Das ist wie Lootboxen, ja. Was kommt heute noch alles? Also zuerst mal das hier ziemlich lang und dann, ja, wenn noch Lust ist, wenn noch Leute da sind und so, dann kann man sich ja nochmal, ähm, äh, kann man sich, ja, nochmal was, was überlegen. Also, gerade eben ist Open End. Ist da unten was drin? Oh Gott. Jetzt ist natürlich die große Frage. Vielleicht finden wir hier ein, äh, ein Handschuh. Das wäre super. Oder das Buch. Okay. Buch heißt, wir haben Desert Palace, äh, Zugang. Ah, uffi. Okay. Na, schauen wir mal. Ja. Macht nämlich nächste MH-World-Aufnahme, ja. Ich werfe Overwatch oder Fortnite. Das ist... Viele Leute wollen ja echt Fortnite sehen, ne? Danach kommt einfach so ein Blob. Bist du ja immer noch da. Ähm. Oh Gott, die machen so viel Schaden. Und ich hab, ich hab Bluemail. Wieso machen die so viel Schaden? Also, wenn, dann vielleicht Overwatch. Aber, ich weiß halt nicht. Sollte ich mal Fortnite spielen? Keine Ahnung. Weil viele Leute haben auch das, äh, vorgeschlagen. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich finde, kein Fortnite damit gerabelt. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ich dann auch noch Lust habe auf Fallout. Ist ja so geil, wenn die beiden Spiele durch die Musik des jeweils anderen Spiels ausgetauscht werden. Ich weiß nicht, ob das so gut käme. So, dann würde ich sagen, Desert Palace. Soll ich mal aufschreiben, was wir da unten so hatten? Was tun wir eigentlich? Ich weiß gar nicht ganz, was da unten alles ist. Ich kann es absolut nicht leiden, aber Fortnite ist halt ein Hype. Kannst du mal ausprobieren, wie es auswirkt. Keine Ahnung. Können auch weiterhin Overwatch spielen. Das ist das. Ich habe halt bis mitbekommen, dass ich doch ein paar Leute Fortnite gewünscht habe. Weil es halt wieder Sachsen-Hype ist. Ist ja ganz klar. So. Gehen wir mal. Saras-la-sa- Wie heißt der? Saras-ra- Saras-rala? Ich weiß es gerade gar nicht. Keine Ahnung. Ja, ich weiß. Ach so. Ja, ich weiß jetzt natürlich gar nicht, wo. Ja. Schade. Er sagt mir jetzt gerade, oder ich weiß jetzt natürlich nicht, wo das Amulett zu finden ist. Natürlich interessant gewesen. Naja. Egal. Die Schaufel. Missiles. Oh Gott. Können wir bitte ein Kappa-Gesicht über die Missiles machen? Saras-ra-la. Ja, ich glaube sowas in der Richtung. Ich habe schon weil nicht mehr gelesen. Gehört. Wie auch immer. So. Ja, die Sache ist halt, ohne Bogen können wir halt in... Ich denke es nicht viel machen. Ähm. Ohne Bogen... Ohne Bogen können wir im Eastern Palace nicht viel machen. In welchem Hack war der Reserve-Tank nochmal Kappa? Das war nicht keinem Hack, das war im früheren Randomizer. Mehr Raketen sind mehr Raketen sind mehr Raketen, ja. Ein sehr weiser Mann hat das damals schon gesagt. Nur... Irgendwie... Äh... Ja. Funktioniert das nicht so. Schauen wir mal in Eastern Palace rein. Wir können zwar nicht alles hier machen, aber vielleicht finden wir ja ein paar gute Items. Ein paar Bomben wären mal super. Dürf ich dann bei Overwatch dabei sein? Also ich meine, Leute aus dem Stream dürfen dann mitmachen. Aber nicht im Voice. Stimmt, eine neue Map, nicht wahr? Das habe ich... Habe ich auch schon gesehen oder auch schon gehört. Stimmt ja, stimmt ja. Au. Ja gut, schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Ich meine, muss jetzt natürlich nicht Overwatch sein. Wir können ja alles machen, aber... Uh, wir haben den Hookshot. Dürfen nicht vergessen. Aber wir werden mal gucken. Basieren auf dem letzten Event, okay. Ja, das letzte Event habe ich ja leider verpasst. Okay, können wir mal. Ähm... So. Zack. Okay, Biki. Können wir die große Truhe öffnen. Sehr schön. Das Benni mag keine VC und Callars, was auch mal VC sind. Was soll's? Ich könnte die Fakete vielleicht Bomben ersetzen. Leider nicht. Du möchtest mal eine tolle Stimme nicht hören. Das liegt nicht daran. Ich habe dann bloß keine große Lust, da dann zu skypen. Wir haben noch mal bei Destiny 2 im Sprach-Chat dabei. Das war absolut fürchterlich. Destiny 2? Äh... Wo spawnen die Skelette? Verdammt. Weiß es nicht. Da. Jetzt habe ich zu viel gespawnt. Das war doch keine bei Destiny 2 dabei. Ich wüsste nicht. VC-Voice-Chat. Ah, jetzt habe ich wieder nicht hingeguckt. Was war das jetzt wieder? War das wieder Missiles? Ach, Chat. Was sind denn Callars? Keine Ahnung. Ich sage nicht, dass ich was gegen Voice-Chat habe. Missiles. Okay, danke. Fazit ist ein Virtual Console. Äh... Sieht nicht gut aus. Wir bekommen hier nichts. Ich sage, es geht nicht darum, dass ich was gegen Voice-Chat habe. Jetzt habe ich hingeguckt. Äh... Ich wüsste aber nicht, wer... Denkst du, wer... Wer bei... Natürlich, Missiles. Ja, wie kommen wir mit was anderem rechnen? Ich wüsste nicht, wer bei Destiny 2 dabei gewesen ist. Wer könnte das gew... Eigentlich niemand. Denkst du vielleicht gerade jemand anderes? Weil bei mir eigentlich nicht. Entweder ein anderes Spiel oder einen anderen Streamer. Jemand hatte mal über die PS4-Party-Funktion mitreden wollen. Ja, aber das war World. Das war Nixios. Das war nicht Destiny. So, wie ist das? Anschlagen und dann hochheben. Genau. Verdammt. Ja, gut. Super Missiles. Es gibt es nicht, ne? Du findest halt überall nur Missiles. Ganz... Es ist alles zugepflastert mit Missiles. Wow. Ja. Bogen haben wir leider trotzdem keinen. Ich schaue keinen anderen Streamer. Ha. Finden wir hier noch irgendeine Truhe? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, hier geht es nicht weiter ohne... Aber wie ist das denn? Ähm... Kommen wir hier noch weiter ohne den Bogen zu haben? Kommen wir nicht weiter ohne... Warte mal. Ach, du hast den Schlüssel. Okay. Ein von dem Missiles ist meine Brand schon mal Ripper. Aber nur davon. Oh Gott, wir sind eh beinahe tot. Wir zerstören hier total das Weltbild von Link. Was, arme Junge? Über all das schwer Kriegsgeschütz denken muss, ja. Der arme Kerl. Echt, das war World? Ja. Genau. Die Beta. Halt da oben. Ah. Nein. Ja, aber wir kommen hier jetzt nicht weiter. Wir müssen gleich den roten... Ja. G. G. Schade. Ach, ich hätte Hookshot probieren können. Aber ich glaube, der funktioniert auch nicht, nicht wahr? Also warst du am schnellsten. Das ist ja das Schöne an Legend of Zelda. Wir behalten ja alles. Ha. Nicht gut. Schon mal überhaupt nicht gut. Da müssen wir hin. Ja, wir müssen den Super Metroid weiter machen. Aber wenn wir nicht allzu viel haben. Aber jetzt gehen uns gerade... Wir haben das Buch. Und wir haben die Schaufel. Von dem her, wir können zum Desert Palace. Dann machen wir mal... Das muss ich bloß aufpassen. Das ist alles abgeschlossen. Eastern ist abgeschlossen. Nur halt noch kein... Kein Dings. Nicht der Boss. Genau. Passt. Okay. Weil im Eastern... In Eastern haben wir jetzt alles. Ähm... Was ist da unten noch gleich? Gibt es da irgendwas? Was ist da? Da ist glaube ich nichts, oder? Ich glaube nicht. Gehen wir rüber. Weil man braucht... Ja, man braucht die... Die Schuhe. Aber nicht den Bogen. Gibt es da eigentlich noch andere Spiele mit The Legend of im Titel. Außer Zelda und Spyro. Ich wüsste keins. Wann hat Spyro denn The Legend of drin? Legend of Spyro? Das heißt doch nur Spyro, oder? Heißt es nicht Spyro? Legend of the Dragon oder so irgendwas? Wenn dann... Aber es ist doch nicht The Legend of Spyro. Aber ich glaube ansonsten kein größeres Spiel. Oh, wie gesagt. Ich wüsste auch nicht, dass Spyro das hat. Oh, das sind kürzere Ausrufe im Competitive Gaming. Wenn ich Informationen, Positionen und Status von Gegner oder sich selber gebe. Gegner... Ich drücke die Gegner, Y ist links. Ja, okay. Dagegen soll ich was haben? Ich weiß schon, was du meinst. Legend of Spyro und New Beginning. Die eternal night, dawn of the dragon. Okay. Das heißt nur Spyro. Keine Ahnung. Ich hab Spyro noch wenig gespielt, sagen wir es mal so. Dann muss gleich die Schaufel. Legend of Symphonia gibt's auch noch. Ja, das ist Tales of Symphonia. Ja, genau. Legend of Symphonia. Vielleicht gibt's das ja auch noch. Keine Ahnung. Kennt mich da nicht so aus. Ähm... Nee. Was war das denn? Ach, Powerbomben. Wieso liegt der da hinten? Okay, wir haben Powerbomben. Das ist gut. Das ist schon mal sehr gut. Aber wieso lagen die da hinten? Die sind irgendwie sonst irgendwo hingebounced. Die alten Teister heißen nur Spyro. Jetzt gibt's The Legend of Spyro Trilogie. Ah, okay. Dann kann ich das noch nicht. Legend of Leaks. Halt, hier geht's nicht in die Wüste. Verdammt. Wir sind komplett falsch gelaufen. Aber Powerbomben sind schon mal gut. Dadurch haben wir schon mal bessere Chancen in Metroid. Dadurch können wir jetzt nicht mehr irgendwie überall festbuggen. Das macht die Sache schon mal besser. An die Wüste kommen wir ja bloß da rüber. Ja. Können wir jetzt einmal außen rumlaufen. Ach. Die Spyro Trilogie ist unter Fans auch eher weniger bekannt. Okay. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich hab von Spyro da überhaupt keine Ahnung. Ich hab ein Teil mal gespielt. Aber ich weiß gar nicht mehr welchen. Man könnte sagen, es sind die Sonic 06 oder die ADM's der Reihe. Uh. So schlimm. Wobei Sonic 06 jetzt mit ADM zu vergleichen, ist jetzt nicht fair. Weil ADM ist ja ein Spiel. Beliebt nicht bekannt, was? Nee, eher andersrum. Bekannt nicht beliebt. Bei Steam gibt's noch The Legend of Heroes, aber keine Ahnung, was es ist. Weißt du, es gibt auch 10 Millionen RPG-Maker-Spiele, die The Legend of irgendwas heißen. Ich möchte es teilen, weil ich mit denen angefangen habe. Ah, okay. Sonic 06 ist kein Spiel, es existiert nicht. Nee, es ist halt nicht fertig. Okay, ein Hard-Container. Können wir schon... Nee, da brauchen wir den Teleporter. Brauchen wir dafür den Teleporter? Oh, ist das so... Ist das alles so lange her? Ja, braucht es. Ich fand der ADM wunderschön. Also, ich meine, ADM ist wenigstens ein Spiel, das man verteidigen kann. Oh, Six nicht. Das ist halt das. Sonic 06 ist edgy. Reicht als Vergleich. So. Na, Freund? Ich plündere mal deine... Deine Höhle. Ich hab schon gesagt, dass so eine Fans nicht so beliebt ist. Mehr Supers. Okay, langsam können wir echt... Ähm... Langsam können wir echt die... Können wir Mother Brain echt easy besiegen. Mit so viel Super Missiles. Aber das bringt uns ja im Moment noch nichts. Das ist ja nicht das, was wir unbedingt machen wollen. Ich bleib hier, Fee. Dankeschön. So, dann halt Desert Palace. Ähm... So. Das ist jetzt uncool. Geh weg. Geh weg. Ähm... So. So. Was... Haben wir jetzt gemacht? Wir haben... Moment, er ist fertig. Ähm... Wie heißt er? Ist es... Agina oder irgendwas? Ich glaube schon. Er ist fertig. Ähm... Okay. Perfekt. Und wir sind drin. Nice. Das ist ein geforstes Mittel. Alter, falte... Was? Wie das kam? Weil deine Güte reichlich belohnen was? Okay. Falsche Taste. Was nehmen wir denn? Nehmen wir die Bomben. Die Musik war überhaupt nicht gruselig. Kennst du die nicht? Das ist die Item-Fanfare von Super Metroid hat sich an dieser Stelle aber wirklich besser mit der Hintergrundmusik gemischt. Wie, was? Was meinst du? Stiehe ich jetzt gerade nicht ganz? Warte, hier kommen wir doch bloß zur großen Truhe, oder? Ja. Ja. Werden wir uns gar nichts. Ach. Äh... Wenn ich es jetzt zu bin, ist es halt Hagelein. Das war sehr effektiv. Motherland wurde besiegt, ja. Okay. Der Kompass ist da. Wir brauchen halt schon mal keine Boots. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Mal sehen, was wir noch so bekommen. Äh... Äh... Lass mich nun... Lass mich nun drehen. Komm schon. Bogen. Schlüssel. Okay. Nicht ganz. Hätte nicht. Hat. Ach so. Ach, okay. Jetzt verstehe ich. Ja, ja. Nein. Eine Falle. Das ist eine Falle? Ich glaube schon. Aber hey, ich habe mein Master-Schwert. Okay, was ist hier los? Hahaha. Hahaha. Wie erklärt man das jetzt am besten? Hahaha. Hahaha. So, da können wir rüber. Ähm... Wir spielen eine Mischung aus The Legend of Zelda und Äh, okay. Ähm... Oh Gott. Wir spielen eine Mischung aus The Legend of Zelda und Ähm... Aus A Link to the Past in Super Metroid. Kann man mit einem Schlüssel nicht auch schießen? Hä? Wie? Was? Wie mit einem Schlüssel auch schießen? Was willst du denn? Ich meine, klar kannst du mit dem Schlüssel schießen. Also an sich nicht. Nee. Aber okay. Sagen wir einfach mal ja. Aber... Und dann? Ist es schön, dass du das kannst. Nur... Es bringt dir halt nichts. Wir haben keinen Bogen. Wir haben keinen... Wir haben 35 Pfeile. Es ist mir schon klar, dass es Kappa ist. Aber selbst Kappa hat irgendwo ein gewisses Niveau. Also irgendwo einen gewissen Sinn. Und das ist halt... Uns fehlt ja nicht die Munition. Uns fehlt ja... Ach so, du meinst, weil... Ja, wahrscheinlich... Rampelbeam. Okay. Du meinst, weil wir die ganze Zeit Supermissiles bekommen. Deswegen. Okay. Ja. Ich hab's verstanden. Da war der Kompass. Das heißt, wir können weitermachen. Wobei, wir brauchen halt die Handschuhe. Ah. Aua. Doof. Wir brauchen die Handschuhe. War das nicht hier? Wie war'n das? Äh... So war das. Na also. Was war hier? Ach, bloß ein Feenbrunnen. Verdammt. Okay. Wir haben ein Problem. Wir können jetzt auch nichts machen. Das heißt, wir haben jetzt den... Desert Palace ja aber... Wie ist denn Dings halt nicht interessiert, ne? Den Vogel. Wir haben also Desert Palace auch abgeschlossen. Fehlt ja nur noch der Boss wieder. Und da kommen wir noch nicht rein. Okay. Desert Palace abgeschlossen. Boss nicht. So. Ich stell jetzt erst fest, wie man das macht. Kiwauro, vielen, vielen Dank für fünf Monate Treue. Sehr, sehr freundlich von dir. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Und ja, genieß deine Zeit als... Als Subscriber hier. Ich werd mir demnächst da noch ein bisschen was überlegen. Kiwauro, der Lümmel. Ähm, okay. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Desert Palace ist abgeschlossen. Hm. Wir haben nichts weiteres Interessantes gefunden. Halt, warte. Wir haben halt echt nichts. Wir haben jetzt mehr Symbole vor Chat-Teilnehmern. Naja, es hilft nichts. Wir müssen zurück zu Simple Metroid. Wir haben jetzt Powerbomben. Das sollte schon mal helfen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir... Ähm... Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir irgendwas finden. Was uns in Super Metroid ein bisschen weiterbringt. Aber naja, nicht wirklich. Wieso hole ich mir nochmal die... Ne, egal. Holen wir uns nochmal schnell die Herzchen. Dann passt das. Ja, die Münze zeigt, dass Zeros Light der Top-Donator ist, theoretisch heute. Oder der Top-Cheer oder wie auch immer du das nennen willst. So, wir kommen nicht nach oben. Also nicht auf den Berg. Und das heißt, wir sind hier soweit fertig. Zurück zu Metroid. So. Wusch. Ich liebe diesen Übergang. So. Wir haben Powerbomben. Das hilft schon mal. Damit können wir jetzt hier einiges machen. Was befindet sich hinter Tür Nummer 1? Ein Reserve Tank. Krasse Sache. Ich hätte mir nichts besseres vorstellen können. Ne. Ist die Sternenjäger als Subscriber-Bezeichnung? Irgendwie ja nicht so. Ich weiß nicht, ob ich meine... Aber hast du auch Bomben? Ich hab was Tolleres. Ich hab Powerbomben. Ähm. Ich überleg mir da noch was. Also ich dachte, Mitarbeiter verdienen Geld und müssen keine spenden. Was? Wer verdient Geld und muss keine spenden? Oh, wie toll ist es, Bomben zu haben, ne? Oh, mehr Bomben! Wir haben mehr Bomben gefunden. Powerbomben. Ganze vier Stück. Danach stehst du wieder da wie vorher. Ja, das Tolle ist aber nur, dass ich die jederzeit wieder auffüllen kann. Davor hatte ich nichts, um es aufzufüllen. So, außerdem, ich muss echt sagen, also in Metroids sind wir, ja, jetzt so vom, vom normalen Stuff her ganz gut aufgestellt. Wir haben jetzt halt schon 25 Missiles, äh, Super Missiles. Das ist eigentlich schon gar nicht schlecht. Das Trauge ist erst 45 normale Missiles. Das heißt, das wird noch so ewig dauern. Haben wir uns das halt einmal nicht geholt? Ach ja, das war ein Herz. Ein Herzcontainer. So. Dann geht's hier mal aufwärts. Au. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Das wird jetzt interessant. Ja, gut, ne? Hab ich gesagt, dass ich das so einfach hinbekomme? Das geht aber, das weiß ich. Das hab ich schon, hab ich schon gemacht. Das Wasser ist halt nur richtig ätzend. Oh Gott, Wasser. Lass mich, lass mich gehen. Ich hasse Wasserphysik hier. Wieso? Was passiert denn hier? Was ist das? Wieso glitsche ich da entlang? Ich mein, ich könnte auch. Ah ne, das geht genauso wenig. Interessant. Hä? Ich kann da nicht in Langball jumpen. Da war es jetzt gerade eben. Hä? Hä? Eigentlich geht das sehr viel leichter. Und eigentlich braucht man dafür keinen Highjump, oder? Dass das Wasser einen auch immer noch so ansaugt, ne? Ich bin da ja schon längst draußen aus dem Wasser. Hm. Ach, komm schon. Das ist doch nicht dein Ernst. Aber normale Bomben könnte ich mich da ja... Ne, könnte ich mich nicht rausbomben. Oh Gott, wir würden bringen mir auch nichts. Na, komm schon. Ich mein, ich kann mich ja wenigstens töten lassen. Oh, wobei, sollte ich das tun? Das kann gefährlich enden. Was ist denn denn, wenn du Hilfe-Outline anst? Ja, das ist hier auch unter Wasser? Keine Ahnung. Ich kann hier gar nicht springen. Was zur Hölle? Ich... Liegt das am Controller? Keine Ahnung. Dass ich hier überhaupt nicht walljumpen kann. Wann müsste ich da da nicht rauskommen? Ich... Das Problem ist, dass ich meistens immer wieder auch nach oben drücke, weil der Controller halt doch nicht perfekt ist. Ja, das... Seht ihr das die ganze Zeit, dass ich da wieder nach draußen gehe an sich? Ja. Ich muss es schon so machen, dass das Wasser mich nicht bekommt. Weil ansonsten bringt es nichts. Die Hälfte der Zeit vermassere ich es halt einfach. Ach, komm schon. Was zur Hölle? Wieso? Was ist denn ein Problemspiel? Das war doof. Ich will eigentlich so... Da muss ich halt gleich nochmal. Das ist ein Xbox One-Controller. Steuerkreuz ist okay, aber halt immer noch nicht gut. So muss er denn was? Fast Frame Perfect Jump. Kann ich mich noch von der Wand setzen, wenn das Wasser ganz tief ist. Kann ich mich noch von Sozio erinnern. Naja, würde ich gerne, aber ich komme halt nicht mal dazu, es zu machen. Ne, weil ich die ganze Zeit wieder... ...wieder rausgehe. Eigentlich dachte ich, dass es nicht so schwierig ist. Ach. Komm schon. Es müsste funktionieren. Normaler Wall Jump geht ja wenigstens nochmal. Was ist das Zeichen ganz oben in der Raketenleiste? Ach, das ist ganz rechte Zeichen. Das ganz rechte Zeichen ist der Grapple Beam. Der hilft mir jetzt aber leider auch nicht. Na also, geht doch. Das will ich jetzt aber an sich nie wieder machen. Da oben sind aber zwei Items. Komm schon. Yes. Na also. Jetzt muss ich da bloß noch später wieder irgendwie reinkommen. Und ein E-Tank wäre gut. Rupees. Toll. G fucking G. Ja. Das. Okay. Das hat gerade noch so funktioniert. Steine. Da ist nochmal einer, nicht wahr? Und Jump. Yes. Na also. Okay. Die Items da oben haben wir. Kann man das aufschießen? Nope. Okay. Super Missile. Äh, Powerbombe. Gut, dass wir welche haben. Müssen wir hier nicht irgendwo rauskommen? Nee. Okay. Da nicht. Ich dachte eigentlich, wir kommen hier irgendwie raus ohne Powerbombe. So. Das sollten wir hier bloß nicht mehr drauf gehen. Aber wie gesagt, dann haben wir das mal. Von 20 Rubinen hat sich das gelohnt. Und 5 Missiles. Wichtig. Ah, Gott sei Dank hat das jetzt funktioniert. Ah, jetzt haben wir leider keine Powerbombe mehr, ja. Sonst können wir da rüber gleich. Schade. Aber wir müssen jetzt hier gerade mal weitermachen. Das ist das. Die Kallen Rubine. Rettung in letzter Sekunde, ja. Äh. So nützlos. Na gut, wir brauchen später noch Rubine. Also von dem her, aber... Ja, es war jetzt halt wirklich nicht... Ist nicht das, was man unbedingt haben will. Können die Piraten übrigens Powerbomben geben oder nicht? Na gut, jetzt geben sie mir erst mal Energie. Ist klar. Die brauche ich ja gerade ein bisschen dringender. Highjump wäre auch mal super. Bei Highjump würde ich mich sehr freuen. Wir können die Missiles, dann kannst du dir nichts kaufen, ja. Oh. Na schon. Okay, eigentlich sollte man den Leben wieder auffüllen. Ja. Da unten entlang kann ich noch nicht, da ich noch keinen Icebeam habe. Wo auch immer sich der befinden wird. Wäre zu witzig, wenn dann zum Beispiel sowas wie Icebeam sich dann im Ice Palace von Legend of Zelda befinden würde. Das hätte dann schon sehr viel Tolles. Und es fehlt mittlerweile der Bogen, Handschuh... ...für zwei Bosse. Und das wären schon mal zwei Kristalle, muss man ja dazu sagen. Das wäre natürlich also schon mal ziemlich cool. So. Gehen wir kurz zum Schiff. Laden uns auf. Man kann so winzigen Plattform walljumpen. Das Gameplay ist seine Offenbarung. Ja, das geht. Du kannst an jeder Kante walljumpen. Das ist gar kein Problem. Reicht es, um da oben rechts hochzuspringen? Wie gesagt, in welchem nächsten Projekt darf ich dabei sein? Ich weiß noch nicht mal welches... Ich weiß noch nicht mal, ob wir ein nächstes... Das war toll. Ich weiß noch nicht mal, ob wir irgendein nächstes Projekt spielen. Blob. Das ist bisher noch nicht raus. So, ein Gauntlet können wir natürlich vergessen mit 5.1. Das ist klar. Wie geht nochmal... Weiß jemand, wie nochmal der schräge Scheinspark geht? Ist das so? Jetzt bin ich gleich tot. Wie macht man das denn? Das macht man schon mit dem Steuerkreuz, nur nicht wahr? Aber es ist ein bisschen... ...schwierig. Wusste ich gar nicht. Bin halt echt schlecht in Super Metroid. Für mich ist es dann unverfaszinierend, was ich hier teilweise sehe. Und das ist noch... Naja. Schlechtes Zeug hier. Das ist definitiv kein Speedrunner-Zeug. Wieso immer? Ich hasse den Scheinspark. Och. Ne, muss man springen und dann? Also macht man ja auch den seitlichen, nicht wahr? Ne. Dann vielleicht das drücken? Keine Ahnung. Das dauert vier Stunden... Vier... Bestimmt nicht, Blob. Wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob ich heute überhaupt noch was mache. Das ist das. Ja, nachdem wie lange wir hier noch sitzen. Weil das geht jetzt schon eine ganze Weile. Und wir sind noch nicht wirklich so weit gekommen, muss man sagen. Toll. Einen schrägen Zielknopf. Einen schrägen Zielknopf. oder muss man halt auf ein Steuerkreuz drücken. Das war jetzt der seitliche. Toll. Nicht den seitlichen. Nicht den seitlichen. Den seitlichen kann ich. War es nicht so, dass du in einen Richtungspark musst und dann nach oben und dann direkt nach rechts oder links die Richtungstaste? Was? Keine Ahnung. Eigentlich denke ich, dass du... Okay, Zielknopf heißt das. Ich bin mir nicht sicher, ob der Zielknopf so ist. Schreib mich an, falls du danach noch was machst. Ja, ich weiß aber eh nicht, ob ich Fallout mache. Ich meine, wenn jeder Dings... Wenn jede Fallout will, dann können wir auch Fallout machen. Meine Güte. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, ich könnte... Ja, wobei, nee, geht ja nicht. Ich kann sagen, ich könnte natürlich auch da nach oben und dann einfach zur Seite fallen, aber geht halt nicht. Wobei, geht das? Zielknopf crouchen und dann springen. So, jump diagonally. You charge a super jump by pressing down. Then face the direction you want to go and press the shoulder button. Tied to the aim. Then press jump. Ach, okay. Zuerst mit dem Hinknien. Okay, dankeschön. Ich wusste nicht, dass man das aus dem Knien macht. Interessant. Okay, wusste ich jetzt gerade im echt nicht mehr. Gut, damit haben wir es ja. Dankeschön. Jo, Englisch hat natürlich komplett gereicht. Wie gesagt, ich wusste echt nicht, dass man dazu kniet. Das ist merkwürdig. Ich dachte eigentlich auch, dass man das aus dem Stehen raus macht. Oder machen kann. Aber so ist es natürlich ultra easy. Jo, nice. Wie gesagt, dankeschön. Das war toll. So. Wir haben zum Glück einen Plasma-Beam. Boah, die halten trotzdem zwei Schüsse aus. Achso, ja klar. Wir haben nur Plasma. Ja. So. Submeta sind Sachen Scheinbarkeit einzigartig. Ja, definitiv. Boah, ist nicht dein Ernst, ne? Ich meine, gut, dass wir die dann jetzt langsam mal weg haben. Aber das hat sich halt echt wieder überhaupt nicht gelohnt. Es ist schon krass, was für Mist wir alles bekommen. So, wir können dort entlang. Aber was bringt uns das? Oh Gott, wir können den Dings mal... Oh, wir können den Oceanfly machen. Oh, bestimmt nicht. Wir können aber auch da runter. Es gibt doch nur vier von denen, ja. Was bringt uns das, dort runter zu gehen? Ja, das sind auch ein paar Items, nicht wahr? Ist sinnvoller als der Oceanfly. Was haben die Reserve-Tanks nochmal gemacht? Wenn ich kritischen Schaden, also tödlichen Schaden bekomme, dann sind das theoretischer Satz-E-Tanks. Ich habe Grapple-Beam. Ich bin doof. Natürlich. Ich brauche gar keinen Oceanfly. Ich habe Grapple-Beam. Ups. So. Das habe ich nicht vergessen. Nein, nein, nein. Ja gut, okay. Damit können wir dann... Ach Gott, wir können ins React-Chip gehen. Ja, wir können aber auch einfach drauf gehen. Nein. Böses Biest. Okay. Dann vergisst man so schnell. Wenn man nicht gewöhnt ist, dass man ihn hat, dann vergisst man ihn schon schnell. Oh, das zum Beispiel. Ich wusste nicht, dass da noch Stacheln sind an der Seite. Ist ganz vorsichtig. Ja, ist so viel zu vorsichtig, ne? Okay. Okay. Puh. Okay. Allerdings musste die Reserve-Tanks erst dann Gegner aufladen. Genau. So, wir speichern hier mal. Ja, da hat der gute Halt, der Reserve-Tank mich nochmal gerettet. Aber wenn ich einfach nochmal mehr E-Tanks gehabt hätte, er hätte mich genauso gerettet. Die Reserve-Tanks am Macher haben nämlich ein großes Problem. Du bist nach dem Aufladen nämlich nicht unverwundbar. Das heißt, wenn du einmal getroffen wirst, wirst du danach nochmal getroffen. Das ist das große, große Problem am Reserve-Tank. Genau. Extra für dich habe ich es nochmal kurz vorgeführt. Hallo, Schleimis. Da drüben wäre ein E-Tank jetzt echt super. Oder drei Bomben. Freue ich mich genauso drüber. Oh Gott. Und fünf... Ach, es gibt es nicht. Mann. Ich will irgendwas Nützliches finden. Nicht so ein Mist. Kann man dich eigentlich... Oh ja. Okay. Das ist ein bisschen... Viel. Wie Schleimis Platz zu machen. Ganz ruhig bleiben. Okay. Dezent gefährlich. Okay. Die Bombs sind irgendwie das Analog von Zelda zu den Missiles aus Metroid, oder? Ja, habe ich auch das Gefühl. Das ist einfach bloß komplett getauscht hier alles. In Zelda wirst du mit Salz zugespammt und die Hände halt mit Bomben und Bogen-Erweiterung. Die kann man töten. Meine Welt ist nicht... Meine Welt bricht zusammen. Ich war mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ja, man kann sie töten. Wir speichern nochmal. Dann gehen wir ins Rackchip. Das ist halt so... Ich kann doch so nicht gegen Phantom kämpfen. Nee, kann ich auch nicht. Ich habe keine... Ja, wobei... Kann ich? Phantom? Ich kann halt auch runter nach Brinstar. Was ist halt das? Das sollte ich vielleicht eher machen. Macht vielleicht eher Sinn. Ja, Rackchip macht keinen großen Sinn. Das ist... Das wird mich umbringen. Doch, easy. Wir können mal schauen, was das Übergangs-Item ist. Wir lernen... Wir alle lernen ja heute Abend neue Sachen. Ja. Man muss aber bloß mal zwei Spiele zusammenbringen und schon lernt man viele neue Sachen über beide Spiele. Das ist schon erstaunlich. So. Was haben wir da oben, Feines? Also schön jetzt mit Bomben. Das war echt wichtig. Oh, ja. Bitte. Sehr schön. Oh, das ist praktisch. Ah, nein. Hilfe. Na gut. Dann halt so. Oh, ja. Bomben. Endlich. Meine Güte. Ja, halleluja. Aber auf jeden Fall. So. Jetzt sind wir auch nicht mehr auf Powerbomb angewiesen. Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall nach Brinstar. Es gibt es nicht. Mit den Zelda-Kaltern kann ich nur Sachen lernen. Nie gespielt. Echt nicht? Dann werde ich einige Sachen sehr verwirren. Haben sie bestimmt schon. Aber keine Sorge. Ich wette ja wahrscheinlich bald, dass die Metro 3 LS playen. Dann kommt dann auch, äh, ja, das. So, wir holen uns zur ersten Seite da unten. Macht ja meistens Sinn. Ja, jetzt ist halt die große Frage. Gehen wir dann? Ah ja, klar. Hier ist halt die Unterwasserphysik anders. Ich habe weder noch, noch nie gespielt. Okay. Ui, Missiles. Nice. Genau das, was ich wollte. Aber mit 87 Energie gehe ich jetzt halt nicht zu Ventun. Das ist... Ich meine, ja, ich habe zwei Reserve-Tanks, aber die müsste ich halt eher erstmal aufladen. Und dann... Ich weiß es nicht. Sollen wir Ventun probieren? Wir haben ja gespeichert. Die Frage ist, können wir dann irgendwas anfangen dort? Kein Treffer von Ventun, easy. Ja, wie gesagt, wir können ja aufladen. Wir haben ja an sich vier E-Tanks. Und wir können die Flammenpeitschen austricksen. Also nicht austricksen, sondern wir können sie gleich komplett zerstören. Also die Ventun treffen würde. Ja, wir haben halt Plasma-Beam, das ist das. Also wir machen ja echt alles kaputt. Wir probieren es einfach mal. Wir kommen dadurch, wir haben jetzt Bomben. Wir haben... Also in Super Metroid haben wir echt schon viele Sachen, muss man sagen. Gerade auch Speedbooster und sowas, der uns sehr hilft. Wir haben bloß noch ein bisschen Probleme mit Wasser und Hitze. Aber ansonsten... Komm, wir machen es einfach. Wieso nicht? Wieso denn nicht? Wer nicht wagt... Oh, das war nice. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Vielleicht gibt uns Ventun genau das, was wir jetzt brauchen. Ich weiß zwar gerade nicht, was wir jetzt brauchen, aber... Keine Ahnung. Bogen. Bogen wäre halt echt wichtig. Alles andere ist dann so... Ja... Kann man machen. Und ich sag mal so... Also bis auf Charge-Beam ist das halt eigentlich die Speedrun-Route, ne? Also gut, halt nicht die... Nicht die... Oder das Speedrun-Equip. Also jetzt natürlich nicht Plasma-Beam, klar, aber... Ihr wisst, was ich meine. So gerade von den Missiles und Super-Missiles und sowas. Super-Missiles sogar eher weniger. So. Dragon, wir wissen doch, dass du im nächsten GDQ dabei bist. Auf uns unsicher zu tun. Was ist... Okay. Durch das... Das war falsch. Das ist richtig. Durch das Rack-Chip. Mal sehen, was wir hier tolles finden. Ein E-Tank. Na, also. Okay. Ventun wird immer machbarer. Wow. Hi. Wollte eigentlich nicht gegen den Stachel springen. Hat aber irgendwie doch geholfen. Ähm... Können wir uns dann eigentlich in Anführungszeichen Gravity-Suit holen? Ja, eigentlich auch, oder? Wir haben doch alles dafür. Wir haben sogar Grapple-Beam, was nicht oft der Fall ist. Ich will jetzt auch gerade eben gar nicht zur Kartenstation gehen, da ich nicht unbedingt, äh... wieder zurück zu Legend of Zelda will. So, Ventun. Ventun, wir kommen. Ich bin nur nicht wirklich überzeugt davon, muss ich sagen. Aber... Schau mal. Wow, ich kann einfach halt überhaupt nicht walljumpen. Also, den Start des Walljumps, meinte ich. So. Yo, Ventun. Was geht? Du alter Schlabbergeist. Wir machen den mal mit Supers. Wir haben genügend. Halt Missals und dann Supers. Ja, komm schon. Fuck, okay. Das war ein guter Schaden. Nein, was tue ich denn? Hm. Das müsste... Das müsste eigentlich eine Position geben, wo ich alle treffen könnte. Oder gibt's die bloß mit... Okay, das ist natürlich blöd. Was? Das geht nicht so? Uh, shit. Ich dachte eigentlich, das geht so. Scheinbar nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen uncool gewesen. Okay, dann Missals. Wir haben ja auch ein paar Missals. Uh. Ich dachte eigentlich, den kriegen wir so. Aber er hält nicht mehr so viel aus. Wie viel Supers hält er denn aus? Keine Ahnung. Jetzt sind wir aber auf jeden Fall besser dran. Ja, das war jetzt natürlich nicht so cool. Ach, verdammt. Okay, ich wusste nicht, dass... Ähm... Dass ich da bei der Flampeitsche noch getroffen werde. Beziehungsweise dachte ich eigentlich, dass ich da besser mit klarkomme. Aber mit 55 Missals können wir ihn auch so besiegen. Wir bräuchten halt Wavebeam. Dann, ähm... Dann hätten wir die Reichweite, um ihn platt zu machen. Also, um alle Flammen zu zerstören. Das ist halt das. Aber wir kriegen ihn hin, auf jeden Fall. Das ist... Wie gesagt, das ist nicht das Problem. Er war eigentlich auch beinahe besiegt gewesen. Noch eine Runde Missiles und dann auf jeden Fall die Super. Wenn ich das nicht immer wieder versagen, oder? Direkt Supers in den Runden ist Geschichte. Wie? Direkt Supers in den Runden ist Geschichte. Nee, ich muss dann halt trotzdem drei Phasen überleben mit Supers. Also, ich kann ihn ja nicht mit Supers vollstopfen. Falls du das jetzt mal anst. Und die Flammenpeitschen überlebe ich nicht so. Ich dachte, dass ich sie halt besser abpassen kann. Aber wie gesagt, das kriege ich nicht hin. Ich müsste an der perfekten Position stehen. Dann würde es, glaube ich, gehen. Mit dem Wavebeam ist es deutlich leichter. Den habe ich leider gerade eben nicht. Chargebeam wäre auch super. Das wäre halt das. Aber da verbrauche ich halt Boots. Und ja, wo die sind, keine Ahnung. Das ist das Problem. Okay, holen wir uns nochmal den E-Tank. Der hat uns ja definitiv auch das Leben so ein bisschen erleichtert. Zumindest das. Aber halt bisher nichts, äh, nichts so tolles. Das ist, naja, Bomben halt. Also, ich kann mich eigentlich nicht beschweren, weil wir haben die Bomben gefunden. Das war halt schon echt wichtig. Und wir können Phantoon schlagen. Das ist definitiv so. Wir können ja auch runter zu Crate. Also, die ersten beiden Bosse hier können wir ja schon mal definitiv erledigen. Das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Und da brauchen wir eigentlich bloß noch beide Suits und sind dann fast schon... Oder bloß Gravity an sich. Sind eigentlich auch schon ziemlich gut dabei. So. Probieren wir es mal nur mit Missiles. Weil die eine Super war dann gut. Also, drei Missiles und eine Super. Aber... Ja... Das kann ich zum Ende hin machen. Aber nicht am Anfang. Da kassiere ich zu viel Schaden. Und der hat sich dann halt auch so super schnell wieder aufgemacht. Und sein Auge aufgemacht. So rum. Okay. Ich meine, ich habe genügend Missiles, dass es geht. Dass ich es auch noch mit Missiles öffnen kann. Vor allem, er gibt ja immer wieder welche. Ja, verdammt. Ja, das geht schon. Ja, ich kassiere trotzdem schon sehr, sehr gut. Komm schon. Ja, kassiert aber auch gut. Und wir haben noch zwei... Das ist halt das. Wir haben noch zwei... ...Energie-Tanks in der Reserve. Muss man dran denken. Wir verlieren dann zwar ein bisschen Schaden. Oder wir kassieren dann ein bisschen Schaden. Aber es geht ja. Halt instant kommt, ne? So, jetzt nochmal dann zwei Missiles rein. Und dann... Und dann... Super. Das sollte eigentlich reichen. Oh, schon den E-Tank... ...oder schon den Reserve-Tank getriggert. Das ist nicht gut. Wann kommt der? Also, es geht definitiv. Ich muss mich bloß besser anstellen. Ne, das war's noch nicht. Da wär's gewesen. Zu voreilig. Ich brauch noch mal ne Runde. Schade. Jetzt bin ich aber ehrgeizig. Jetzt will ich ihn besiegen. Ah, das war schade. Das war echt blöd. Weil es fehlt vielleicht noch eine Missile oder sowas. Machen wir es nochmal. Weil das hätte ich... Die Runde hätte ich ja nochmal überlebt. Das ist ja das. Er muss schon richtig rot sein, damit die Missile passt. Oder die Super passt. Bedien den Jungen. Mit ihm hatte ich auch noch ein paar Probleme. Ich mein, normalerweise ist er kein großes Ding, weil er ja komplett überequipt ist für ihn. Aber das ist jetzt halt fast schon Speedrun-Niveau. Naja, Speedrunners haben... Oh. Was tue ich denn? So. Wie viel... Wie viele E-Tanks haben die Speedrunner? Zwei? Drei? Ich glaub drei. Das heißt, ich hab noch zwei Reserve-Tanks und schaff's trotzdem nicht gegen ihn. Meine Güte. Ist ja traurig. Aber ja, war nur nie mein bester Kampf gegen ihn. Allgemein muss ich sagen, Super Metroid... Von den Kämpfen her bin ich jetzt nicht so stark. Da kann ich jetzt nicht so viel zeigen. Halt, schon wieder zu weit. Ich denke mal, dass es noch eine Ebene vorher ist. Oder eine tiefe Ebene. Tiefer. So. Ich muss noch ein bisschen vorsichter sein mit den kleinen Flammen, die so kommen. Wenn die mich schon die ganze Zeit treffen, dann... Ja. War's das halt auch schon. Es ist an sich auch gerade eben so blöd, was wir hier eigentlich machen, weil... Ja, davon sollte ich mich natürlich auch nicht treffen. Ja, vor allem nicht zweimal. Super. Das ist halt das nächste Problem. Wenn ich jetzt schon den Energietag abgezogen hab. Na, es wird schon. Es wird schon. Stell mich einfach nicht so blöd an. Wie gesagt, wir haben ja genügend. Wir haben ja mehr als genügend Missals. Oh, die Flammen machen auch schon Schaden. Das wusste ich nicht. Okay. Hoppla. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Oh, ja, toll. Aber ich bin gleich vor der ersten Runde tot. Was zur Hölle? Das läuft noch überhaupt nicht. Ja, wir haben den Reserve Tank noch nicht. Wir brauchen noch eine Runde. Also noch zwei Runden an sich. Eine Runde so und dann halt mit dem... Ja. Oh, wir haben sein Auge hier getroffen. Nice. Sehr schön. Okay, jetzt noch... Ja, ich mach nochmal eine Runde. Weil das war jetzt die Runde, wo wir dann vorhin gestorben sind. Na, schade. Aber ich kann ihn gleich treffen. Yes. Na, also. Okay, jetzt noch einmal. Das muss man jetzt halt noch überleben. Und dann sollte die Miss... Ja, ich mach's nochmal. Das ist... Das ist mir noch zu riskant, muss ich sagen. Verdammt. Verdammt. Ja. Wir haben uns auch bloß noch neun Missiles. Aber die nächste... Die nächste Welle passt ja. Ja. Boah, noch 50... Noch 50 Energie. Zwei Flammen dürfen noch treffen. Ja, jetzt keine mehr. Tor... Nein! Ah, ich dachte, ich hätte noch Unverwundbarkeit. Ach, Mist. Das waren die anderthalb E-Tanks, die ich halt verloren hab, direkt am Anfang. Ohne die wär's easy gewesen. Ah, schade. Noch einmal. Einmal probieren wir's noch. Jetzt mit denksten Erz, mit mehr Energie. Damit wir dann das Red Chip haben. Vielleicht bekommen wir da irgendwas Tolles. Ja, ja, also wie gesagt. Es hätte, es hätte ja funktioniert, wenn ich die anderthalb E-Tanks übergehabt hätte. Die ich da verhauen hab. Der ist aber auf jeden Fall... Also er ist definitiv machbar, das ist klar. Ne, ne, nicht zurück in die Zelda-Welt. Zelda-Welt können wir gerade im Nichts machen. Nach Brinstar. Müssen wir... Ist für mich dein Ernst. Du bekommst eh nach dem Pfeil oder so. Egal ob ich den Pfeil oder nicht bekomme. Wir müssen ja Fentouren erledigen. Das ist ja eines der... Ähm... Ähm... Eins der... Der... Wie nennt man's denn? Der Ziele an sich. Um das Spiel zu beenden. Also von dem her... Ist definitiv ein Muss. Und vielleicht bekomme ich ja den Bogen. Bogen, Handschuhe. Damit können wir auf jeden Fall schon mal zwei... Ähm... Zwei Bosse besiegen. Und kämen damit... Und kämen damit... Ja, da auch ein bisschen weiter in Legend of Zelda. Und bekämen nochmal zwei Items. Reserve Tank oder Pfeil? Es ist... Es ist schön, dass die Pfeile jetzt theoretisch als Troll-Reserve-Tanks genauso zählen. Wobei, es gibt... Gibt es nicht bloß eine... Ja, Pfeil-Kapazität bekommen wir, glaube ich, noch einmal. Nein, du dummes Ding. Ah, gibt es nicht. Bis denn wir genau da auftauchen müssen, wo sie nicht auftauchen sollen. Geht das nicht? Ich hätte schwören können, dass es geht. Nein, halt nicht. X-Ray. Was ist das? X-Ray wäre sogar bei Dragon... Ähm... Bei... Äh... Dragon noch sinnvoll. Damit können wir also sogar noch was anfangen. So. Jetzt haben wir schon mal ein E-Tanken mehr. Das sollte eigentlich reichen. Wir lassen uns jetzt auch von der ersten Flamme hier nicht treffen. Und wie gesagt, dann haben wir halt ein E-Tanken mehr. Sollte eigentlich passen. Wir hatten das letzte Mal ganz gute Runden eigentlich, aber... Naja. Man ist hier leider nicht sicher am Anfang. Es kommt aber auch immer drauf an, was für Drops die geben. Ja, okay. Nein, nein, nein. Ah, verdammt. Das war halt auch so gut, dass wir ein paar Mal, äh, den... Das Auge direkt hinbekommen haben. Also ohne die Phase. Okay. Wir haben viel zu viel Energie schon, äh, wieder verloren, aber... Das war eigentlich ganz okay. Schade. Bisschen zu knapp, aber das ist gut. Gutes Timing. Sehr schön. Nummer zwei. Ah, Mist. Ja, ich dachte eigentlich... Oh ja, das will ich haben. Nein, ein bisschen daneben. Ha. Aber ich habe wenigstens das überlebt. Also einen Ring. Einen Feuerring. Oh, super. Okay. Ist vielleicht nicht unbedingt da. Wow. Und der ist jetzt weg, ne? Ist er weg? Ne, ist er nicht. Ich habe ihn gerade noch so bekommen. Okay. Was soll Fentuna eigentlich darstellen? Irgendein kosmisches Bruselwesen, das hier so einen Unheil treibt. Was soll er darstellen? Es ist... Wie ich das jetzt zu sagen? Wie gesagt, das ist irgendein kosmisches Ungeheuer. Oh, es ist schon wieder so knapp. Aber es würde reichen. Oh, ich habe jetzt... Oh, danke schön. Oh. Keine Flammen dürfen mich jetzt nicht mehr treffen. Ich bin tot. Okay, lass mal. Das ist gerade eben blöd. Ach, schade. Das kriegt man eigentlich hin. Das sollte ich eigentlich hinbekommen. Aber ich kriege es gerade eben nicht hin. Na gut. Ich glaube, ein Speedrunner benutzt auch... Benutzt auch den... Benutzt auch den... Spacer plus Charge. Gehen wir nach Brinstar. Schade. Aber sobald wir einen E-Tank mehr oder so haben... Sollte das eigentlich easy gehen. So, da unten waren wir. Venturi ist ein großer Kopf, der böse aussieht, ja. Ich glaube, das beschreibt es schon ziemlich gut. Gehen wir einfach nach Brinstar. Es ist zwar schade, dass wir es so nicht hinbekommen haben, aber... Naja. Hätte eh nicht so viel gebracht, weil ja, wir hätten dann... Hätten wir oben alles erforschen können? Ich weiß es gar nicht. Mehr oder weniger. Es ist doch schon besser, mit ein bisschen mehr Equipment da reinzugehen. Meine Güte, wie die Zeit verfliegt, ne? Wie viel haben wir... Jetzt haben wir schon drei Stunden hinter uns, glaube ich. So weit... Ich würde mal sagen, an einem gewissen Punkt geht es halt richtig gut voran. Aber den muss man halt erstmal erreichen. 20 Rupees. Ach, Mann. Ist so traurig. 20 Rupees sind genauso trollig. Das ist das. Wobei... Ich meine, wir brauchen noch 500 für... Äh... Wir brauchen noch 500 für den... Ähm... Für den Sora. Aber... Ja, das ist trotzdem nicht so toll. So. Dann holen wir uns hier mal die Items. Oh. Die Flippers sind gut. Wir hätten hier aber zuerst hingehen sollen. Wieso habe ich da eine Powerball benutzt? Ne, egal. Wir hätten hier einfach zuerst hingehen sollen. Flippers sind natürlich super. Das bekomme ich hin. Das sollte ich ja nicht hinbekommen. Dragon... Geld regiert die Welt, ja. Das bekommt man doch hin, nicht wahr? Oder täusche ich mich da jetzt gerade eben? Ach, ich komme da gar nicht hoch. Das ist das Problem, oder? Ah, doch. Sollte gehen, weil das Wasser nicht so... ...bescheuert hin und her schwabbelt. Ich glaube eigentlich, dass man das hinbekommt. Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. So nur anders. Also man sieht, wie es gemeint ist. Na, also. Wo war das Problem? Das Problem ist, dass es eine fucking Super Missile ist. Mann. Oh, weiß. Da macht man sowas und bekommt dann halt nur eine Missile dafür. Ach, es ist so traurig. Das Leben ist so traurig. Das ist Kappa Missile. Ja. Schade. Richtig schade. Na, wenigstens kommen wir jetzt mal ein bisschen voran. Das ist ja schon mal das Gute. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja. Leider nicht. Ach. Naja. Egal. Irgendwann sind ja alle Missiles weg. Ich weiß gerade eben nicht, ob ich den Dings hinbekomme. Spore Spawn Skip. Keine Ahnung. Einfach. Ich habe ihn echt lange nicht mehr gemacht. Nee, das war es irgendwie definitiv nicht. Oh. Das war es. What? Wieso? Hä? Okay. Krass. Ja. Uff. Äh. Ganz easy. Das mache ich jeden Tag zum Frühstück. Wow. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so easy geht. Gibt es noch ganz viele Pfeile. Die zum Glück auch nicht so viele. Geh noch mal in E-Tank. Sehr schön. Das, äh. Ja. Das war jetzt gerade eben überraschend einfach. Beide Tricks. Sehr schön. Okay. Gehen wir einfach hier weiter. Das funktioniert doch gerade eben sehr viel besser als Phantom. Ja. Ich kann nicht Blue Gate glitchen. Deswegen lassen wir das. Und Zelda Bomben. Ja, stimmt. Zelda Bomben gibt es noch definitiv genügend. Und Rupees. Da würde uns der Spaß so schnell nicht ausgehen. Oh. Wir wissen, wo alle Schwerter sind. Oh. Wow. Wir haben das goldene Schwert. Krass. Weil das ist jetzt tempered. Und weiter oben ist das Ding. Ist ja nochmal ein Schwert Upgrade. Das heißt, wie gesagt, wir haben jetzt einfach das goldene Schwert schon. Krasse Sache. Damit zerstören wir ja wirklich alles in Zelda. Also, in Zelda sind wir zumindest was, äh, was Waffentechnik angeht, komplett overpowered. Sehr, sehr schön. Und Pfeile. So dämlich ein Pfeile, ne? Ich hasse sie. Aber ja, wie gesagt, äh, das goldene Schwert jetzt zu haben, das ist natürlich echt krass. Das ist eine schöne Sache. Da sage ich halt überhaupt nicht nein dazu. Vielen Dank für die acht Kappas, Kivaro. Sehr freundlich von dir. Aber tempered ist zwar schön und gut, aber er bringt mir halt, das bringt mir halt nichts, um, äh, da jetzt rüber zu gehen. Wir finden so viele tolle Sachen für Legend of Zelda, aber auch nicht die richtigen. Das ist halt das. Wir finden nichts Gescheites. Da oben ist nur Müll, nicht wahr? Ja, eigentlich schon. Oder? Ich glaube schon. Sehr schön. Äh, die Ethikons muss ich nicht, ne, die Dacoras muss ich jetzt nicht unbedingt, äh, begrüßen. Yes, Vierter. Leider wird Vierter nicht mehr angezeigt, tut mir leid. Ja, Highjump wäre mal super, aber, naja. Wir holen uns erstmal tempered. Das ist mir, ist mir an sich genauso lieb. Highjump, mit Highjump kann ich arbeiten, dass ich den nicht habe, aber es gibt ein paar andere Sachen. Charge spielen wäre halt super wichtig. Wow, Goldsword. Jetzt sind wir halt hart overpowered. Und eine Fairy. Oh, nice. Oh, wir haben eine Flasche. Wir können zum SickKid. Sehr schön. Wir haben A, natürlich eine Fairy, das ist gut. Gut, die werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen, da wir jetzt halt Goldsword haben. Ähm, aber wir haben halt auch einfach nur Dings. Eine Flasche. Das heißt, wir bekommen nochmal ein Item. Achso, ja, der eine Pfeil, stimmt. Der Trollpfeil. So, und dann nochmal eine Supermissile. Nice. Jetzt geht's langsam. Also es geht langsam ein bisschen voran, würde ich sagen. Das ist, der Anfang ist halt ein bisschen, weil du halt zwei Spiele so ein bisschen voranbringen musst. Das ist ja ein bisschen träge. Aber sobald du mal ein bisschen Momentum hast, kannst du das wirklich gut ausnutzen. So. E-Tikons besuchen wir aber. Die sind ja eigentlich nett. Link am Rasieren, ja. Gleich zumindest. Zu früh. Macht nix. Gute Rettung. Wir haben fast alle Missiles, also Supermissiles. Und Bomben. Das Spiel hasst uns. Wobei, in Legend of Zelda haben wir jetzt ja auch wieder viele Möglichkeiten. Das ist ja das. Wir haben ja jetzt, durch die Flippers, haben wir jetzt, wie viele Item Locations? Zwei, glaube ich. Oder? Ich weiß es gar nicht. Zwei oder drei. Schauen wir mal. Aber wir machen erst mal Crate platt. Yo, was geht? Ich bin schneller als ihr. Hier, hier geht's. Das ist halt bloß, wenn's hart auf hart kommt. Ja, so viel dazu. Wenn's hart auf hart kommt, dann ist es halt ein bisschen blöd mit dem Controller. Und da kann ich ihn ja unten. Was zur Hölle. Link bekommt Unterstützung von ferner Zukunft. Ja, das ist wahr. Aber dafür muss er auch die Munition sammeln. Link ist ja der Munitionssammelboy. Oh, wo wir von Highchamp Boots geredet haben. Nice. Das ist so. Samus hat ihm zugesichert. Ja, ja, ich hol dir deine Sachen. Ich hol dir deine Schwerter. Aber nur, wenn du mich mit Supermissiles versorgst. Und Bomben. Ein Mütter später. Und Pfeil. Ein Mütter später. Und Rubine. Bestes Commentary, wenn man gerade nur halt zuhören kann. Es ist halt immer so. Du bekommst irgendwas Tolles. Und dann halt Mist. Sind wir jetzt eigentlich schon mal runtergerannt? Aber es war eben bloß eine Missile, die wir da bekommen haben. Also nichts Wichtiges. Gut. Auf zu Crate. Machen wir Crate platt. Karma, wo bist du besorgt? Dragon by eben Gravity. Gravity wäre jetzt halt richtig gut. Das ist eins der wenigen Sachen, die uns halt... echt noch sehr fehlen. Die Bewohner von Hyrule haben praktischerweise Missiles. Ja, die... Na, es ist halt so. Wie man es halt so kennt. Die haben damals halt Missiles hergestellt. Daher haben die... die Chozo eigentlich überhaupt ihre Missiles erst bekommen. Die... 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 Die Julianer waren... waren da ihre Laff... äh, ihre Waffenlieferanten. Oh Gott, das ist so ungewohnt, das mit Highjump zu machen. Hoffen wir nur, dass sich das Karma nicht negativ auf Samus auswirkt, weil sie doch reinweise einheimische Lebensformen abschlachtet. Die werden ja aber alle von Mother Brain kontrolliert. Und sind dadurch böse. Außerdem schlachten wir in Legend of Zelda auch einheimische Lebensformen ab. Die sind aber auch alle böse, weil sie von Gänen kontrolliert werden. Das ist... So grundlegend sind die Spiele gar nicht so verschieden. Das hat das Schöne dran. Während dann die Chozo dahin die Schwerter machen, ja. So, da oben waren wir jetzt ja schon. Na, wir können das X-Ray holen. Uh. Auch selten, dass mal wir hier runtergehen und uns... Fünf Robine. Fünf, ja. Besser als einer. Wirst du in Gen Yuu auch transmogen? Wahrscheinlich... Also, kommt drauf an. Wahrscheinlich aber eher nicht. Ne. So, jetzt haben wir erstmal eine kleine Reise vor uns. Oh Gott. Der hat sich geopfert, um uns zu zerstören. Deshalb bekommst du in Zelda auch nur Missiles und in Metroid nur Pfeile, ja. Die Chozo wussten gar nicht, wie sie Missiles machen. In Zelda tötest du auch nur die Ritter, also Menschen. Äh, ja. Wobei ich gar nicht weiß. Also, sie sind natürlich auch von Gänen übernommen. Uh. Space Jump ist natürlich schön. Space Jump hat natürlich viel Schönes, aber... Naja, ist jetzt nicht... Ist jetzt nicht das Item. Ah, es ist nützlich. Definitiv. Das und Gravity. Also, jetzt noch Gravity und dann haben wir es. Das ist halt so das. Ich meine, das ist jetzt natürlich schon eine... Äh... Wie man heutzutage sagen würde, Quality of Life... Erfahrung. Da einfach so rüber zu... Aua. Das ist toll. Das ist eher nicht... Au. Hört doch auf mich. Aua. Also, so allgemein... Ja, ist das jetzt natürlich schön, den zu haben, aber... Nja... Schauen wir mal. Wir bräuchten auch mal wieder eine Powerbombe. Also, es gibt... Zehn... Ne, gibt's zehn Powerbomben-Container? Wie gibt es denn? Ah, ne, fünf. Also, gibt's zwanzig Powerbomben-Container? Er hat sich ja immer fünf, genau. Ähm... Es gibt halt zwanzig Powerbomben-Container. Wir haben bisher einen gefunden. Quality of Life. Au. Autsch. Aua. Das war halt nicht so toll. Nein, verdammt. Breath of the Wild macht das so fun, Wächter mit antiken Pfeilen zu farmen. Okay. Dinge, mit denen ich nichts anfangen kann. Noch nicht. Okay. Wir kommen gut voran, würde ich sagen. Wir kommen gut voran. Hardpiece. Nice. Ist auch schön, dass man dann solche Animationen nicht die ganze Zeit hat. Zum Beispiel, wenn man dann halt die Heart-Pieces bekommt oder so. Weil sie... Weil es halt gar nicht in dem Spiel gerade eben ist, dass man vollen Heart-Container bekommen hat. Aber mittlerweile sollten wir einen durch die Heart-Pieces haben. So. Oh Gott, wir können natürlich auch Shooters Meridia machen. Aber nope, bitte nicht. Crack. Und weiter. Auf geht's zu Crate. Den machen wir auch sofort platt. Dann gehen wir nochmal schnell nach Norfair und schauen da. Was wir da so finden. Aber ansonsten... Ja, ist die Frage. Was machen wir dann? Nachher als Samus haben wir die Items hoch wie Link. Das hätte was. Die Frage ist, wann gehen wir wieder zurück zur Legend of Zelda? Sollten wir jetzt schon gehen? Weil wir die Flippers haben? Ich meine, wir können jetzt natürlich auch nochmal gleich einen Boss besiegen. An sich sogar zwei. Weil Fentun sollte jetzt dann langsam auch kein Problem mehr werden. Oh ja. Ach, ich wollte gerade sagen, oh ja, das wird immer besser. Aber ich kann natürlich nichts mit dem Heart-Container anfangen. Leider nicht. Wenn ich den Bogen bekäme, ja, das wäre schön. Aber Bogen kann halt auch ein Legend of Zelda sein. Da du eh die Legend... Die Zelda-Reihe spielen willst. Ähm. Mach es Sinn, sich Breath of the Wild zu kaufen. Ja, ich weiß. Also, ich werde es mir kaufen, keine Sorge. So. Dann machen wir doch mal wenigstens ein Boss platt. Das ist unser erster von... Naja, vier... Vier plus sieben sind muss. Also, elf sind auf jeden Fall mal muss. Und... Plus drei sind noch möglich. Also, elf bis 14 Bossen, die wir erledigen müssen. Plus zwei Endbosse. Das ist halt schon... Wenn du es dir überlegst, ne? Dass wir halt, wie gesagt, für dieses Spiel... Ähm... Mindestens elf Bosse besiegen müssen. Oder du kannst auch sagen, 13. 13 bis 16 Bosse, theoretisch. Ist schon dezent übertrieben. So, kriege ich den Quickkill hin. Wie geht der? Weiß jemand, wie der Quickkill geht? Liest du dann jede Kritik unter deinem Kanal-Video? Das habe ich schon längst getan. Die ganzen Kritiken gelesen habe ich schon längst. Ah, das waren zwei. Muss man da näher ran? Keine Ahnung. Okay, er kann scheinbar nicht so leiden, wenn ich auf seine Brust mit dem Plasma-Beam schieße. Aber wie gesagt, gelesen habe ich sie. Ich habe nur auf keine geantwortet, weil ich das dann im Antwort-Video machen will. Weil es doch schon sehr viel war. Super. Toll. Richtig toll. Aber man muss... Wow. Okay, Crate. Ich gehe mal schnell. Man muss sagen, wir haben jetzt fast wirklich alle Supers. Crate ist immer noch schwach. Naja. Hätte mich gewundert, wenn sich da was ändert. Ja, wir haben... Uns fehlt noch ein... Dann ist der super. Uns fehlt noch eine Super-Missile. Dann haben wir alle. Das ist irgendwie traurig. Einerseits gut, andererseits aber wie gesagt auch ein bisschen traurig, weil es heißt, dass wir so viele Super-Missile schon bekommen haben. Und 20 Rupees. Ach, ich glaube es nicht. Wie viele 20 Rupees wir jetzt schon bekommen haben. Okay. Wir haben nichts Interessantes bekommen. Machen wir hier weiter. Mal sehen, was wir bei Highjump bekommen. Und dann können wir gucken, ob wir das Kartenterminal dann benutzen können, um wieder zurück zu Legendary. Und auf Zelda zu kommen. Und dann machen wir da mit den Flippers weiter. Oh, wir können natürlich auch zum Eisbeam. Ja klar. Das machen wir auch jetzt. Ja, komm. Ich mache es auch jetzt ohne... Ohne Mockball. Bringt ja nichts. Also bringt ja nicht so viel. Wir können auch zu Crokemire runter, aber das werde ich halt nicht mit den... Oh, das werde ich hier auch nicht unbedingt mit dem Leben leben. Ähm. Ich halte ja doch nicht so viel aus. Na, schau mal. Für Eisbeam muss es reichen. Natürlich nicht, wenn ich sowas mache. Na, komm schon. Irgendwas Gutes. Irgendwas Gutes. Irgendwas Gutes. Ein Heartpiece. Gott. Wieso? Kurz back. Okay. Willkommen kurz zurück. Ja, wir haben noch zwei Energietanks jetzt. Müssen wir jetzt noch irgendwie rauskommen. Nur noch aus dem Raum raus. Nur noch aus dem Raum raus. Komm schon. Ja. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Oh, wir haben ewig nicht gesteichert. Ach, nee. Fuck. Jetzt haben wir halt große Probleme. Oh, wir können halt ganz... Oh, nee. Oh, wer ich da... Ich hasse Wasser. Es war halt wieder das Problem, dass Wasserphysik kam. Ich hätte irgendwo speichern sollen. Das ist halt das Schöne an Legend of Zelda. Du behältst halt alles, wenn du drauf gehst. Das ist halt hier so ätzend. So fühlt sich Verlust an. Oh, ja. Und halt wirklich, wie gesagt, alles. Die letzte halbe Stunde oder so irgendwas, was wir gemacht haben. Ja, es war Lava. Aber es war Wasserphysik. Flüssigkeitsphysik. Meine Güte. Das braucht jetzt halt echt Ewigkeiten. Und ich will halt auch nichts auslassen, weil wir brauchen irgendwo doch alles. Juh, noch mehr Gameplay? Du weißt schon, dass wir noch genügend Gameplay zu sehen bekommen. Also Gameplay-Mangel werden wir heute nicht haben, was das angeht. Das dümmste Gameplay ist halt das, was du nochmal machst. Oh, ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht, dass ich das wirklich, dass das wirklich passiert ist. Was ist die fünf Rubine? Wo waren die fünf Rubine? Oh, und so viele Tricks, ne? Oh, ach, Gott. Okay, gute Nacht, Kibaru. Danke, dass dabei war's. Das war halt... Spore-Spawn-Trick hat so gut geklappt. Das hier hat so gut geklappt. Und Hallöchen-Trick-Axander, schön, dass du dabei bist. Achso, da, wo man durchrollen kann. Ja gut, okay, das geht ja aber schnell. Das ist ja eigentlich kein... keine Sache. Äh, nicht die richtige Richtung. Das war auch bloß ein Super, nicht wahr? Aber, naja, egal. Egal. Wir holen uns einfach alles. Dann weiß ich, dass ich's geholt hab. Das ist halt das. Muss ich dann noch rätseln, was es da jetzt gab. Das ist nicht das, was ich tun will. Komm schon, das hat vorhin so gut geklappt. Gerade eben nicht so toll. Ach. Das ist halt das. Jetzt klappt halt nichts mehr. Es würde ja schon reichen. Ja gut, aber ich bin ja halt immer an der Decke. Ich würde grad sagen, es würde ja schon reichen, wenn die... äh... wenn die Schatten das treffen würden. Wieso denn immer nach oben? Hm. Ach. Das war toll. Das ist doch einfach so und dann, ne? Das ist eigentlich... Seitlich ist ja gar nicht so schwierig. Das ist ja das. Nur halt aus der Wasser... vom Wasser weg und dann seitlich. Das ist ein bisschen fies. Sollte eigentlich auch gehen. Das war ein bisschen zu schnell. Ich gehe ja noch drauf, deswegen. Das hat vorhin so super funktioniert. Komm schon, bitte. Jetzt kriege ich es halt überhaupt nicht mehr hin. Wieso nicht? Das hat nicht funktioniert? Was? Hä? Also ich bin mir zu 100% sicher, dass es funktioniert, weil ich hab's gerade eben noch gemacht. War ich da schon ein bisschen zu weit oben? Keine Ahnung, wie ich das gerade eben gemacht hab. Das ist halt echt... Ich muss immer wieder abspeichern. Vor allem, solange ich noch so... so schwach bin. Ach. Das zieht einen halt jetzt echt runter, ne? Wieso denn nicht? Was ist denn... Was ist denn das Problem gerade eben? Ich verzichte einfach gleich auf die Supermissile. So wichtig ist die eh nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Das ist dann halt doppelt demotivierend. Nicht nur, dass ich jetzt alles wiederholen muss. Nee, ich kriege halt auch gerade eben... Oh, komm da hoch. Ich kriege auch gerade eben den Trick halt nicht mehr hin. Wieso? Wieso immer nur nach oben? Und dann geht's nicht. Wieso geht das dann nicht mehr? Ja, ich weiß. Aber... Also, es ist... Ja, du musst es an sich gleichzeitig drücken. Das ist halt das. Aber ja. Also, es will halt gerade eben einfach nicht. Das ist das Problem. Das ist halt so eine... So eine gleichzeitig merkwürdige Sache. Du musst es irgendwie im Gefühl haben. Und eigentlich hatte ich echt noch nie Probleme damit. Ich könnte fast meinen, dass es kein Speedbooster mehr ist, der da ist. Aber ich habe es halt nicht aufbekommen. Ich hatte noch nie Probleme mit diesem Trick. Und da, warum dann... Hä? Wie tief muss ich denn da gehen? Oh, ich hätte es die ganze Zeit hinbekommen, aber ich habe zu wenig Leben. Du kannst dich ja gar nicht töten. Oh, ich hätte es halt schon zweimal hinbekommen, ne? Aber ich darf mich ja nicht selber töten in dem Teil. Och, es gibt es nicht. Oh, ich bin so dämlich. Wow. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Stimmt ja. Deswegen. Aber wie gesagt, ich hätte es halt schon zweimal hinbekommen. Na, danke schön. Na, also. Geht doch. Aber wie gesagt, ich hätte es halt vorhin auch schon hinbekommen, aber ich hatte zu wenig Leben. Du kannst dann ja gar nicht mehr Schein sparken. Ja, man kann Reserve Tanks manuell benutzen. Gerade für solche Sachen ist es halt wichtig. Das wäre noch der größte Witz, wenn du keinen, ne, kein, äh, kein, ähm, Zugriff auf deine Energie hättest. Wenn die dir komplett verwehrt wird. Also da haben sie schon, da haben sie schon mitgedacht. Okay, das haben wir hinter uns. Jetzt werden wir halt eine halbe Stunde brauchen, um den Sporespawn-Skip zu machen. Einfach, einfach konzentriert bleiben. Es hätte schlimmer laufen können. Kann man mal so halten. Ich wusste, dass das nicht passiert. Mann. Mann. Ich dachte, ich wusste, dass es nicht klappt. Das hat alles so toll funktioniert. Wo genau muss man denn... Hier irgendwo... Ne, wo ist das genau? Wie genau ist das? Ich weiß auch nicht, wie die Technik dahinter ist. Das ist halt das. Ich weiß nur, wie es geht. Na, also, danke schön. Aber nicht genau, wie... Was es auslöst. Ich weiß, dass man den... Bildschirmtheorist zu weit scrollt an sich, aber... Nicht genau, wie, äh... Was da dahinter hängt. Dadurch wüsste man dann vielleicht... Oder könnte man das vielleicht dann auch... Leicht... Leichter machen. Okay. Wir sind auf dem besten Weg, uns zu erholen. Langsam, aber sicher. Wir müssen halt echt noch komplett Brints darlegen. Das haben es halt echt Jahrhunderte zurückgeworfen. Die Sache ist aber... Wir hatten trotzdem... Also, auch wenn wir... Auch wenn wir, ähm... Ja, jetzt das ganze Zeug wiederholen. Wir haben nicht so viel davon. Gut, wir bekommen dann halt Tempered und Golden Sword. Ja, aber... Ansonsten... Uns fehlen halt noch echt... Wichtige Sachen. Vor allem halt für Legend of Zelda. Ich lerne heute viel Neues hier. Immerhin du. Ich lerne, wie... Ich lerne, wie schlecht ich eigentlich in... In Metroid bin. 10 Eurals. Nice. Wofür waren eigentlich die Walljomper am Anfang vom Kampf gegen Fentun? Hat man damit irgendwas ausgelöst? Ach, die Wall... Nee, nee. Die Walljomper sind aber bloß dafür da, um die Zeit zu überbrücken. Das ist mir langweilig. Die sind... Die sind nicht Teil des... Des Plans. Damit machst du gar nichts. Jetzt gehen wir da unten zu der Falle noch. Haben wir oben noch irgendwas? Achso, ja. Äh... Golden Sword. Klar. Da war ja was. Was? Ich glaube, ich bin wieder da. Was? Wie, wieder da? So, Speichestation. Ich hätte halt zuerst... Ja, ich hätte zuerst eine Speichestation nehmen sollen. Wow. Okay. Okay. So. Drüber und rein und holen wir das ganze Zeug. Hätte ich mal die... Hätte ich mal die Fairy gehabt. Das wäre doch toll gewesen. Aber nochmal so eine Feen in Super Metroid, die mich dann nochmal hochhalten. Das wäre schon eine klasse Sache. Wäre ja schön. Okay. Der eine Pfeil. Seit knapp einer Stunde habe ich das immer wieder gefragt. Und auch normal geschrieben. Aber immer sobald ich gesendet habe, bin ich aus dem Chat geflogen. War ganz merkwürdig. Okay. Achso, deswegen warst du... Warst du eine ganze Zeit lang nicht mehr aktiv. Das ist natürlich merkwürdig. Ne, da oben ist nichts mehr. Was auch immer Twitch da wieder vor Problemen hat. Aber zuschauen konntest du noch, ne? Nicht, dass du jetzt alles verpasst hast. Das ist dann natürlich trotzdem mies. Keine Ahnung, woanders liegt. Vielleicht ist gerade wieder irgendwelche Events oder sowas und die Twitch-Server rauchen wieder ab. Ich war ziemlich aktiv. Ihr habt das nur nicht gesehen. Ah, okay. Und irgendwann... Nein. Und irgendwann kommen die... Ach, nee. Es läuft super. Irgendwann kommen die ganzen Nachrichten mal an. Ich habe ein großes Leiden dabei. Okay. Au. Ansonsten hättest du eh nicht viel verpasst. Tisch mal wieder. Immer, dass du bemerkst, dass deine Nachrichten nicht ankommen. Ich habe das regelmäßig, dass meine einfach gefressen werden. Jetzt bist du ja wieder da. Du weißt schon, dass es ein Zeichen damit gibt, ne, Elding? Vielleicht werden sie deswegen gefressen. Sagst du nicht, du hast Urlaub? Ja. Also, du hast Urlaub. Und? Der Automotive nimmt den Chat und wir merken es nicht. Das ist eine Rebellion. Was hat das jetzt damit auf sich? Ob ich Urlaub habe oder nicht? Also, ich habe es nie angezweifelt. Wie gesagt, Elding. Bei dir könnte es vielleicht liegen, dass sie länger sind. Weil irgendwie... Und die Nachrichten sind aber zu köstlich, um nicht gefressen zu werden. Kann natürlich auch sein. Twitch liebt Nachrichten einfach. So, und raus. Du hast keine Ausreden mehr, um den Discord nicht fertig zu machen. Ja, ich mache ihn ja auch. Ich versuche es ja auch, während dem Urlaub zu machen. Ist ja auf der Liste. Aber hetzt mich nicht, ne? Ich habe halt trotzdem genügend zu tun. Okay, da oben war ich... Ja. Was, mein Chef hat zur Zeit auch Urlaub. Das ist etwa mein Chef. Nicht, dass ich wüsste. Also mit dem Zeichen-Limit wusste ich tatsächlich nicht. Das können manche Fälle erklären. Und da habe ich keinesfalls, als ich halbe Sätze geschrieben habe. Okay. Ja, also grundlegend... Grundlegend... Ja, keine Ahnung. Ist Twitch manchmal merkwürdig. Nein! Ach, was ist denn los? Ich bin halt auch gerade komplett unkonzentriert. Ich bin halt auch gerade konzentriert. Ach. Hi, Dakota. Bye, Dakota. Bye, Dakota. Bye, Dakota. So, noch mal. Okay. Äh, was ist apropos Discord? Hast du wirklich geschafft, seit über einem halben Jahr nur Sozi zu erden? Sonst muss ich bald doch mal wieder in Skype anmelden. Eine Nachricht von damals zu beantworten. Äh, ja, ich hab halt Discord seitdem her nicht mehr geöffnet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist... Ich hab's geöffnet. Ähm. Um mir den Seed hier zu holen, aber ich war halt nur nicht auf Discord und hab mir gedacht so, oh ja. Ättest du mal Leute? Das... Ich war beschäftigt. Ich mach's jetzt. Jetzt hab ich Zeit dafür. Aber wie gesagt, das ist... Äh, ich hab... Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen. Oder ich hab... Ich hab bisher noch nicht die... Ähm... Wie soll man sagen. Mach es jetzt live. Ich adde live Elding. Oh, das ist Content. Das will jeder sehen. Das ist... Nein. Das ist für mich so zwischen... Anderech angenehmer zum Schreiben als Skype. Ja, ich hab's angeboten. Aber wie gesagt, ich hab bisher halt... Das heißt, selbst wenn ich dich angenommen hätte, hättest du dir nichts gebracht, weil ich Discord seitdem eigentlich auch nicht mehr geöffnet hab. Es geht nicht darum, dass ich seine Romane nicht vermisst habe. Es ist halt nur... Ich hatte einfach nicht die Zeit, um Romane zu schreiben. Das ist auch... Ja, komm. Was ist denn los? Meine Güte. Ich brauch bloß noch Mist. Das ist halt... Wie gesagt, ich... Selbst wenn ich dich geedit hätte, dann wäre die Nachricht wahrscheinlich bis jetzt noch nicht beantwortet gewesen. Deswegen es... So oder so hätte es nichts gebracht. Weil ich dafür im Moment einfach überhaupt nicht die Zeit und überhaupt nicht den Kopf hatte. So, wir sind fast wieder durch. Fast wieder durch. Äh. Man, das mit keiner Ausrede mehr als Spaß. Ja, schon. Aber dadurch halt schon 20 Mal gefragt hast, wann Discord kommt. Es nervt. Ich hab dir jedes Mal... Hey, wir können schon wieder alles machen. Das gibt es nicht. Dass ich da jetzt gerade eben draufgegangen bin. Toll. Wir kommen richtig gut voran gerade eben. Und nochmal der Unterwasser-Skip und nochmal der Spore-Spawn-Skip. Ich hätte halt einfach echt speichern sollen. Aber ich dachte nicht, dass ich so dämlich bin und da draufgehe. Die Sache ist halt... Ich könnte halt zurückgehen. Zu Legend of Zelda. Es bringt halt nichts. Kann man eigentlich den E-Tank in der Nähe von Ventun noch mitnehmen? Wie noch mitnehmen? Also ich kann mitnehmen, aber das wäre komplett der falsche Weg. Also wenn ich den E-Tank mitnehme, dann nehme ich natürlich auch Ventun mit. Wäre ja Blödsinnig, dann den E-Tank mitzunehmen und wieder rauszugehen. Das wäre ja der Umweg des Jahrhunderts. Also entweder der eine oder der andere. Es wird die ganze Zeit zwischen dir und Gronkh hin und her. Da spielt nämlich The Forest und beides gleichzeitig geht leider nicht. Keine Sorge. Hier verpasst du die nächsten 20 Minuten eh nichts. Kannst du die nächsten 20 Minuten mal zu Gronkh gehen. Bestell ihm schöne Grüße von mir. Oh, das gibt es halt echt nicht, dass ich da draufgegangen bin. Ja, also, wie gesagt, das wäre eine Möglichkeit, aber es ist halt auch keine Möglichkeit eigentlich, dass ich da so draufgehe oder draufgegangen bin. Das ist halt das Problem. Das Problem liegt nicht daran, dass ich zu wenig Energie habe. Das Problem ist, dass ich gerade eben unkonzentriert und verärgert bin. Das ist halt das. Okay, bis gleich. Bis gleich, viel Spaß. Das ist, ich muss mich jetzt einmal wieder konzentrieren. Die Gesamte muss sich nicht lange überlegen. Naja, ich kann es ihm nicht verübeln, weil, wie gesagt, es ist halt wirklich gerade eben nur dasselbe, was vorsehen. Ich sterbe ständig, dann nehme ich jeden E-Tank, den ich finde. Vollkommen legitim. Ach, komm, nicht schon wieder. Jetzt einfach Konzentration und dann passt das. Das war halt, es war halt auch von Anfang an schon so doof, da überall getroffen zu werden. Aber gut, passt. Alles gut. Gibt es irgendwas, das wir für dich tun können? Wenn ich kekse. Nee, es ist einfach, mach, dass es aufhört. Ich will einfach bloß Fortschritt, das ist halt das. Und dann bin ich zu ungeduldig. Das ist mein großes Problem. Das ist, wenn einmal was nicht klappt und ich es dann nochmal mache, dann mache ich es gleich schon ungeduldiger. Und das ist halt das große Problem. Gib mir wieder Geduld. Das wäre super wichtig. Wir hatten so einen Lauf. Das war das. Das ist halt das, was mich ärgert. Wir sind echt richtig gut vorangekommen. Und dann sowas. Wie lange machen wir es denn noch? Machen wir es heute zu Ende oder? Keine Ahnung. Dann würden wir halt nichts mehr spielen, aber dann hätten wir es wenigstens. Wobei ich eh nur nicht weiß, wie ich das denn auf YouTube bringe. Keine Ahnung. Welche Geduldig mein Paar da war. So, Trick Nummer 1 haben wir. Hat diesmal keine halbe Stunde gebraucht. Ich rufe deinen Stromanbieter an, damit er deinen PC zum Aufhören bringt. Wird allerdings nicht gesund für den Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. So. Ich verspreche auch, dass es später interessanter wird. Wir bekommen bald so einen gewissen Powerpeak. Und können dann einiges tun. Wie gesagt, müsst ihr entscheiden. Nee. Wenn es einmal nicht klappt, dann klappt es beim zweiten Mal auch nicht. Es liegt ja nicht an der Position. Es liegt am... Ob der Bildschirm weit genug geschwungen ist oder nicht. Dafür muss es eigentlich zu weit vorne sein. Yes. Okay. Weiter vorne. Weiter vorne ist es. Es ist gar nicht so weit vorne, wie man denkt. Es ist das vordere Gebüsch. Und wenn wir was anderes haben, wenn wir was anderes haben, noch nicht. Ja, ja, noch nicht. Vielleicht noch so eine Stunde oder so. Mal schauen, wie es dann ja läuft. Ich weiß noch nicht. Es kann jetzt halt echt gut sein, dass wenn wir dann wirklich so einen kleinen Power... Power Spike bekommen. Wenn wir hier vielleicht nochmal Gravity bekommen oder sowas. Und dass es dann voll ganz schnell geht. Weil es hört sich zwar noch viel an, aber wie gesagt, wenn man mal die richtigen Items hat, dann geht das. Die müssen wir halt nur finden. Aber wir haben ja bald ein Collectible mal abgeschlossen. Super Missile gibt es ja dann nicht mehr. So, jetzt zuerst da entlang. Ist ja egal, wie rum was machen. Dann gehen wir zuerst ganz nach oben. Dann müssen wir da nämlich auch nicht mehr nach oben klettern. Das ist halt das. Oh, es war viel zu weit oben. Ja. Das war mal ein Mockball. Den werdet ihr so schnell nicht mehr sehen. Ja, ich speichere gleich. Keine Sorge. Ich habe es fest auf dem Plan. Oh. Da bin ich auch nicht gesprungen. Ich finde es immer noch super interessant, den ersten Moment, das Erlebnis auf einmal Zelda vor sich zu sehen. Das kann man bestimmt eh noch eh nicht wieder toppen. War ich schon sehr geflasht. Ja, das ist es halt. Das ist halt wirklich der Moment. Es ist schade, dass ich den Moment nicht ja so im Spiel miterlebt habe, sondern halt auch schon gesehen habe. aber ich weiß, was du meinst. Es ist einfach dieses Wow. Ja genau, ich wollte mir nur die Supermissiles holen. Immerhin habe ich Bomben. Ja, das ist vollkommen richtig. Ansonsten wäre ich jetzt wieder sehr traurig. Hast du auch ein Problem, damit Niederlagen zu verkraften? Nee. Es ist, was mich nur sehr esst, ist, sich im Kreis zu drehen. Weil ich normalerweise das goldene Schwert, ja, schon. Nur, ähm, die Items in Legend of Zelda, ähm, äh, es nennt sich Item Progression. Ähm, wie nennt man das jetzt auf Deutsch? Sie, sie, äh, erweitern sich. Das heißt, wenn ich kein Schwert gehabt hätte, wäre da das normale Schwert. Äh, wenn ich das, äh, wenn ich das normale Schwert gehabt hätte, wäre da immer das, ähm, das Master Schwert. Das ist, äh, an sich findest du dort nicht das goldene Schwert, sondern du findest dort, äh, nur die nächste Stufe des Schwerts. Das ist das. So funktioniert das in Legend of Zelda, also in Legend of Zelda randomizer. Wie gesagt, also an sich, äh, ist nicht das Schwert an sich dort, sondern, äh, oder der, der, der eine Typ des Schwerts, ähm, sondern nur das nächste Level. Also du levelst theoretisch deine Schwerter nach oben. Das ist das. Die Sache, weswegen das gemacht wurde, ist, äh, um den Random Factor zu verhindern. Weil wenn du halt die Schwerte direkt hingesetzt hättest und, ähm, in dem Randomizer Race, äh, jemand, äh, eine andere Route geht und direkt das goldene Schwert findet, dann ist er halt viel zu krass. Jetzt kann nichts mehr schief gehen, ja. Ne, also wie gesagt, ähm, es geht nicht darum, dass ich keine, äh, keine Niederlagen verkraften kann. Es geht halt wirklich, äh, nur darum, dass es mich halt nervt, wenn ich dann halt irgendwas nochmal machen muss. Das ist halt das. Es ist so, meine Güte, ich bin gestorben, das war doof. Dass ich jetzt aber halt alles nochmal machen muss, das ist dann halt, das kotzt mich an. So, haben wir oben jetzt alles? Ich glaube schon. Hallöchen Sabon. Schönen guten Abend. Und schön, dass du im Stream dabei bist. Die ewige Fatales Runde für Ultimate haben wir eigentlich, äh, alle mit ziemlich guter Laune überstanden, ja. Irgendwie hat sich das niemand so aufgeregt, wie man meinen sollte. Also Niederlagen verkraften ist nicht das Problem. Ja, das ist halt das. Nie ist es, äh, wenn ich, ähm, ja, oh cool, jetzt haben wir ja High-Junge, bitte. Nein, ähm, wenn ich, äh, wenn ich dann noch die Energie theoretisch habe, das ist kein Problem. Es ist halt wirklich bloß, es geht es halt darum, ich habe alles verloren. Und das ist halt doof. Aber siehst du, jetzt ist hier das goldene Schwert. Das ist halt das. Na, wie sieht's aus? Noch nicht so gut, Blob, noch nicht so gut. Also noch spielen wir nicht was anderes. Aber vielleicht noch, wahrscheinlich noch. So, hab jetzt mal, jetzt machen wir erstmal Fortschritt, das ist wichtig. Also ich würde sagen, in einer Stunde oder so können wir da mal drüber reden. Oder bis um eins würde ich sagen, machen wir schon noch irgendwas. Also Zweimal halbe Stunde Fortschritt verloren, ja. Das ist halt, das tut halt richtig weh. Und das zweite Mal, ich weiß genau, weswegen es das zweite Mal war, wie gesagt, die Ungeduld. Das ist halt das. Das wird mir jetzt hoffentlich nicht nochmal passieren. Ich meine, es ist gefährlich, zum X-Ray zu gehen, aber, ja, wie gesagt, das hätte halt nicht passieren dürfen. Stunde kann ich noch geben, okay. Dann würden wir von zwei, nee, Quatsch, von eins bis um drei theoretisch noch was machen. Ich gehe ein bisschen Wächterkillen, okay, viel Spaß. So, jetzt hier einfach vorsichtig sein. Ist nicht so gefährlich eigentlich, wenn man nicht die ganze Zeit die, die Stacheln abbekommt. Wir haben jetzt auch mehr Leben, das ist halt das. So, das Licht reicht mir. So, uah. Was würde der Chat von DS mit Blob halten? Frag den Chat. Dark Souls mit Blob Fox? Frag den Chat. Wollen wir mal, äh, ein paar Mal die zehn Sekunden... Ja, das ist halt, man müsste eigentlich die zehn Sekunden... äh, mal, mal nutzen. Das ist schon so. Aber es ist, da, da, dafür bin ich dann halt auch zu... Das ist aber oft so, dass ich dann halt zum Speichern schon zu ungeduldig bin. Das ist halt das. Das ist auch keine gute Angewohnheit von mir. Und, äh, guten Abend, ähm, Herr... Consolero. Schön, dass du dabei bist. Willkommen im Stream. Bei Dark Souls bin ich dabei und niemand anders. Was zur Hölle? Was ist denn mit dir los, Nixios? Erstmal, wieso überhaupt? Kein mit wem Dark Souls geht immer. Äh, wieso sollte das so sein, Nixios? Und zweitens, äh, nein. So. Wir sind wieder auf dem besten Weg. Wir sind beim Ice Beam gestorben. Der Ice Beam war aber auch, dass das ein Hard Container nicht war. Was? Männ, du lieber Dark Souls? Wie, was? Scheißabblatt, mir geht's um Dark Souls, ja. Nixios will die Weltherrschaft an sich reißen. Naja, wenigstens mal meinen Stream will an sich reißen. Das ist das. Die Weltherrschaft kommt danach. Das, wonach ich gerade eben strebe, will er im Geheimen auch machen. Check. Oh, das Geräusch hat's gar nicht gemacht. Ich mag das Glasgeräusch. Schade. Also, ich meine, von mir aus können wir auch Dark Souls spielen. Ich habe jetzt aber halt keine Randomizer vorbereitet, ne? Weltherrschaft Stream, wo ist denn der Unterschied? Wolltet den totalen Stream. Aber wie gesagt, ich habe jetzt noch gerade keine Dark Souls Randomizer vorbereitet. Ich weiß noch nicht, welches Dark Souls wir dann spielen sollen. Eins? Drei? Da können wir auch drei spielen. Was? Drang's Stream ist der Schlüssel zur Weltherrschaft? Ja, ja. So ist das. Ich habe ihn nur noch nicht aktiviert. Keine anderen normalen Gegner durch Bosse setzen, Randomizer. Nuzlocke-Challenge. Wie genau soll ich eine Nuzlocke machen? Weil, ne? Das heißt ja, sobald jemand stirbt, ist er tot. Das wäre nicht so toll. Wieso, weißt du, ich frage 1 oder 3 oder so irgendwas und dann kommt Demon's Souls, ne Xamorok? Das ist wieder ganz witzig. Ja, Blobfox ist genauso witzig. Es ist immer wieder eine Freude, euch dabei zu haben. Weil ihr immer so hilfreich seid. Selbst wenn es um eure eigenen Sachen geht. Wir fangen gar nicht so an, Nixios. Äh, Quatsch, Nixios. Gamma Reaper. Im toten Winkel der Kamera ist der rote Knopf für die Welt herrschaft. Pssst. Den hat noch keiner gesehen. So, lecke mal nicht so rum, Crady. Crady Boy. Ich weiß nicht genau, wie man das machen muss. Ich bin zu 100% der Zeit hilfreich. Du hast eine ziemlich geringe Anforderung an dich selbst. So als Mod. Als Spiel mag ich DS3 lieber. Aber irgendwie empfinde ich DS1 als besseres Streamspiel. Weil es dümmer ist, oder wie meinst du? Wir müssen mal einen BF besuchen. Ja, aber der ist doch in Dark Souls 1. Oh Gott, das sieht immer schlimmer aus. Was zur Hölle ist mit dem Lose Crate? Wer ist jetzt dein... Wer ist dein BF? Warte, Warte. Ich weiß gerade eben nicht, wer dein BF ist aus Dark Souls 3. Blob. Ich dachte, du hast es nur einen. Übrigens, wir sind wieder on track. Also fast. Soll ich nochmal zum... Ich speichere davor. Gibt es da einen Speicherpunkt überhaupt? Wie sind das? Eigentlich, weil DS1 so super offen ist. Und man viel eher andere Spielweisen zu Gesicht bekommt. Achso, harte Worte von mir, das meinst du? Ja, nee, Dark Souls 1 ist an sich kein schlechtes Spiel. Nur ich mag das Gameplay-Fla... Nicht so wirklich. Es ist mir ein bisschen zu langsam, ein bisschen zu stumpf. Naja, stumpf ist fast das falsche Wort. Aber du weißt, was ich meine, oder? Dark Souls 3 ist halt sehr viel flüssiger, sehr viel schöner. Let's go save party party hat. Ja, mit Dark Souls 1 kann man mehr anstellen und mehr machen. Ja, das ist schon wahr. Dark Souls 3 ist da doch ein bisschen zu geradlinig. Man kann seine Kleidung in 3 tragen. Ja, das ist wahr. Wer ist denn jetzt ein BF in Dark Souls 3? Das Smileys funktionieren nicht. Mit dem Partyhead ausgeschrieben hat's aber auch gepasst. Jetzt kämpft das Schwerste des Dark Souls, ja. Mittlerweile. Nein! Ah, Mist! Wo oben sind auch bloß Rupees, toll. Okay, perfekt. Oh, du möchtest eine andere als vier Richtungen auf einer schmalen Brücke ausweichen. Da hast du wohl Pech gehabt. Missiles. Schade. Irgendwie, wir bekommen hier halt echt nichts so Interessantes. Dann müssen wir doch zurück. Achso, der schwarze Ritter. Ja, okay. Wusste ich ja nicht. So. Wir haben gerade eben gespeichert. Wir müssen bloß das nochmal machen dann an sich. Das passt schon. Oh, muss gleich reagieren. Ähm. Den Eisbeam theoretisch. Darunter gehen wir nicht. Da ist alles heiß. So. Einfach da drüber flattern. Was war das letzte Mal das Problem? Es war... Es war so doof von mir, ne? Das schon allein war so doof. Ja, egal. Das hätte sich jetzt nicht gelohnt. Happies. Und zurück. Die Frage ist aber halt jetzt echt... Na gut, jetzt müsste ich dann entweder Phantom besiegen oder zurück zu Legend of Zelda. Ja, guck mal, wir haben jetzt nochmal... Wir brauchen jetzt nicht mal den... Wieso falle ich da immer rein? Wir brauchen jetzt nicht mal den Reserve Tank. Das ist halt das. Das ist halt das. Ja gut, jetzt bräuchten wir ihn, aber... Ich wusste, dass das passiert. So, was machen wir jetzt? Phantom? Weil wir können hier nirgendwo weiter. Aua. Das Problem ist, wir haben auch gerade eben keine Möglichkeit... Ah doch, ich müsste mal gucken. Können wir da jetzt ins Kartenterminal? Ich versuche mal, wenn wir durchs Kartenterminal zurück zu... ähm... zu Legend of Zelda kommen, dann machen wir da weiter. Ansonsten gehen wir... äh... zurück zu... Phantom. Habe ich jetzt mal eine Lautstärke verändert? Ja, habe ich. Minimal. Seht ihr nicht, okay. So. Perfekt. Weil wir denn... Die... Die Flippers sind halt... Sind halt so offensichtlich. Das ist so ein offensichtliches Progression-Item. Deswegen... Deswegen will ich da jetzt nochmal suchen. Vielleicht finden wir da ja was Gescheites. Warte mal. Wie ist jetzt die Tür jetzt schon offen? Ah, okay. Weil es ein Portal ist. Okay. Interessant. Oh. Interessant. Okay, das Portal führt uns hoch zum... Aha. Nice. Okay, sehr schön. Wir sind auf dem Todesberg. Beziehungsweise ist er jetzt noch gar nicht der Todesberg. Aber der... Ähm... Ich weiß gar nicht, wie heißt denn der? Ich weiß nicht, wie das Gebirge hier heißt. Oh Gott, ich sterbe gleich. So, wir holen erstmal den alten Mann. Vielleicht hat der was Schönes von uns, wenn ich nicht in jedes von diesen Dingern reinrennen würde. Hi, Fledermäuse. So. Alter Mann, wo bist du? Äh, in die Richtung, nicht wahr? Ja. Hi. Ja, okay. Ich verstehe dich. Ich muss es bloß überleben. Was denkst du was? Jetzt darf ich bloß nicht von so einem Stein zerstört werden. Aber hey, wir sind jetzt sicher. Unsere ganzen... Wow, ne? Wow. Okay. Das war mies. Aber wir haben die Fairies, stimmt ja. Da war ja was. Okay. Na dann. Weiter geht's. Aber, ne? Zuerst der... Zuerst dieses kleine Ding und dann auch noch der Fels. Ja, ja, ich hab dich gerettet. Ist schön. Was gibst du mir in dem Missile? Herzcontainer? Okay. Und er glitscht einfach mal so ein bisschen über die Kante. Ah, Hilfe. Okay. Na gut. Quatschen wir noch mal kurz mit ihm. Und gehen den Todesberg hoch. Ich mein... Ne... Was... Was brauchen wir denn für... Wir brauchen Feuer. Aber ansonsten nichts. Wir können also den, ähm... Soll ich aufhören? Ach, verdammt. Ich bin ja so doof. Geht jetzt zurück. Ne, musst du nicht unbedingt aufhören. Das mit den Feen, die ein Wiederbeleben haben, die voll aus Gravity Wild geklaut. Ähm... Wir können einen Tower of Harrah machen. Zum von Kram. Reden wir über Dark Souls 3? Ja, schon. Wir reden über den Dings. Neatank. Nice. Wir reden über... Fair and Keep. Also... Der Sumpf von Fair and Theoretisch. Der ist mein Off-Official-BF wer anders. Ach halt, ja. Ja. Das war jetzt total blöd. Ne, egal. So, wo kommen wir jetzt nochmal raus? Bei einer Fee? Okay. Oh, wir haben das Care for Nuts. Und eine Flasche. Sollten wir eigentlich fast machen. Zwiebelritter, klarer Fall. Oh, wir können sogar... Natürlich, klar. Oh, wir können sogar das erste... Ähm... Ähm... Ach, wie heißt das denn? Das erste Meladion holen. Das ist gut. Das ist weniger gut, was ich gerade ihm tue. Sehr schön. So, dann runter und nochmal hoch. Uh, jetzt bekommen wir hier auch ein paar Items. Das ist natürlich sehr, sehr cool, dass wir jetzt hier den Teleporter gefunden haben. Dadurch kommen wir echt gut voran. Nice. Und wir können sogar drüben nochmal alles erledigen. Ach, halt. Wir kommen ja da... Ja, wir können uns zum Bunny verwandeln, aber wir kommen nicht rüber. Ja. Wir müssen außen rum gehen. Mist. Okay, dann halt nicht. Weil wir können nichts machen. Ne, wir haben keinen... Wir haben keinen Spiegel. Wir brauchen den Spiegel. Wie lange mache ich heute noch? Keine Ahnung. Also das hier ist vielleicht eine halbe Stunde oder so. Und dann... Äh... Und dann können wir was anderes machen. So bis um drei vielleicht. Bunny? Wie... Ja, ja, Bunny. Wir verwandeln uns in Bunny, wenn wir in der Dark World sind. Ähm... Oh. Ich wusste gar nicht, dass man da gar nicht durchkommt. Ups. Ist das der Weg, den wir gehen müssen? Wir werden sehen. Ich kenne mich hier gerade nicht mehr so aus, muss ich sagen. Was für ein Bunny? Wie gesagt, wir... Oh, das ist ein Shop. Ups. Ich wollte dich stören. Ähm... Ja, ja, Hase. Hase Bunny. Du wirst es später noch sehen. Wenn du noch ein bisschen da bleibst, wirst du es noch sehen. Verdammt. Ist alles nicht das Richtige. Ne, definitiv nicht. Kommen wir hier gar nicht entlang ohne Handschuh? Das wäre gemein. Au. Können wir hier mit Bunny irgendwas reißen? Ne, dafür brauchen wir auch den Handschuh. Ja. Ach, wir können da... Ach. Ja, okay. So rum geht's. Das ist, glaube ich, auch das. Was ist denn das für eine Höhle? Die kenne ich gar nicht. Das ist kein gutes Zeichen, wenn ich die Höhle nicht kenne. Nope, das ist definitiv das Falsche. Ups. Ups. Oh Gott. Ich komme noch nicht ganz mit der Steuerung hier zurecht. Wir kommen hier gar nicht weiter auf den Todesberg. Also nicht so, wie ich will. Können wir irgendwas mit dem Hasen machen? Also nichts, was ich kann. Ne, wir sind hier oben einfach nur verloren. Schade. Ist zwar cool zu wissen, aber hilft uns leider im Moment auch noch nicht. Hm. Okay. Wir können da unten... Das Gebiet ist auch nicht warm. Stimmt. Ja, okay. Wir können da hinlangen. Wir speichern nochmal. Wir müssten eigentlich unten weitermachen. Das ist das Witzige. Was ist das? Natürlich sagt, ich darf keine Werbung schauen. Das macht mich voll sad. Wie, was? Okay. Oh, das Gebiet ist heiß. Ups. Aber das hier nicht mehr, nicht wahr? Ne, okay. Das ist nicht mehr heiß. Das ist gut. Hier können wir nochmal ein paar Items holen. Mal sehen, was wir hier so finden werden. Was ist hier unten? Okay, eine Biene. Ich meine, nochmal eine Flasche, aber ja. Die Biene ist jetzt nicht so super. Ich habe es jetzt nicht wegen der Biene gemacht. Und alles andere kann ich mit dem Leben vergessen. Hm. Also das war jetzt definitiv nicht das... Das hier war jetzt definitiv nicht der Jackpot. Mit 5 E-Tanks, aber ich bräuchte erstmal die vollen Leben. Und das wird ein bisschen brauchen. Vor allem, da die... Da mir nichts irgendwie Leben geben will. Amt der ja morgen. Naja, das ist noch ein bisschen früh von morgen. So, ähm... Tun die Boll fahren, nicht wahr? Der Dritte? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall. Schön, dass du dabei bist. Und willkommen im Stream. Du hast so eine komisch grüne Farbe. Nicht umsonst. Prepare for Cry Edition. Wieso schickst du mir Salt, Blob? Wieso? Was habe ich dir getan? Dass du mir Salt schickst? Okay, hoch. Aber auf jeden Fall danke für das... Eine-Bit. Mir geht es allen Anwesenden so. Naja, jetzt wieder besser. Wir hatten gerade so einen gewissen... Oder ich zumindest einen gewissen Tiefpunkt. Und jetzt geht es wieder ein bisschen bergauf. Ich gehe mal wieder. Leider etwas zu langweilig. Bin eben nicht gerade Super Metroid Fan. Kommt vielleicht später zurück. Okay, bis später. Salt ist immerhin ein Cent wert. Habe ich mich auch bedankt. Und noch zwei Salt mehr. Dankeschön auch dafür. Fast richtig ausgesprochen. Den Namen bekommt aber keiner auf Anhieb hin. Ist nur ein I, ne? Tundi. Wolfer. Keine Ahnung. Das ist halt zwar expensive. Wie gesagt, das ist auch ein bisschen schwierig, weil du so einen limettengrünen Namen hast. Ich bin müde. Kann mich nicht konzentrieren und hänge in meinem Tagesplan ziemlich hinterher. Der Stream hebt meine Laune. Das ist doch wenigstens mal gut. Also ich will jetzt nicht dafür verantwortlich sein, dass du irgendwas nicht hinbekommst, was du unbedingt noch machen müsstest. Aber ja. Wenn der Stream mich wenigstens glücklich macht, dann ist es ja ganz gut. Und nochmal drei Salz. Vielen Dank für die drei Cent. Und Blob. Ich werde hier noch reich durch Blob. Habe ich da gerade eben durchgeschossen? Was zur Hölle? Der wird nachher viel besser. Ich bin hier bloß schnell hoch. Keine Chance. Mach die Dinger einfach platt. Macht er sich denn auch glücklich, Dragon? Der Stream? Jetzt wieder. Ah, nicht, wenn ich den Space Jam nicht hinbekomme. Und vier Salz. Zehn Cent. Wow. Vielen Dank für die Zehn-Cent, Blob. Sehr, sehr großzügig von dir. Oh Gott. Hilfe. Okay. So selbstverantwortlich bin ich auch. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich nur in Videos gammeln und gar nichts tun. Das dreht mich wenigstens der Chat wach. Ja, das... Ich weiß, was du meinst. Dann versumpfst du irgendwie noch mehr. So, dann halt eben Fentun. Da speichern wir aber nochmal. Und fünf. Fünf Salz. Blob Fox, vielen Dank. Blob Fox festigt ihren dritten Platz. Ah, da braucht sie noch ein bisschen. Musst du noch ein bisschen Salz schicken, bis es den zweiten Platz erreicht. So, dann würde ich sagen auf ein neues bei Fentun. Das ist gerade so die einzige Richtung, die ich sehe. Ja, halt, nee. Wir können ja... Wir können auch zurück zum unteren Gebiet von Legend of Zelda. Aber wer will das schon? Ich will jetzt Fentun in den Arsch treten. Und sechs Salz. Willst du mir jetzt tausend Salz schicken, Blob? Ist das deine... Dein Vorhaben? Blob, haut den Salz raus. Als wäre es die Oberweite eines LoL-Streamerinnen. Die Oberweite. So. Ich werde bald zu einer. Wenn es nur um die Oberweite geht. Schön. Wenn ihr über Salz lacht, würde es nie aufhören. Ich bin dafür, dass wir das Wachstum mal auf exponentiell aufwerten. Das wäre dann, glaube ich, ein bisschen krass. So wird's halt. Cheers hab ich nicht. Hä, wieso haben wir uns das Item jetzt schon geholt? Haben wir das echt kurz abgeschnappt? Achso, ja klar. Das haben wir davor schon abgeschnappt. Das haben wir uns aber noch nicht geholt. Ups. Und sieben Salz. Weißt du, Blob? Das Salz hättest du schicken können, als ich vorhin zweimal draufgegangen bin. Da wär's... Oh, das haben wir uns doch schon geholt. Hä? Das wurde bloß nicht auf der Karte angezeigt. Interessant. Okay. Aber jetzt, ähm... Jetzt ist das Salz ja wieder weg. Wir können uns viel bald in das Tote Meer umbenennen. Genügend Salz haben wir. Und die Salzfabrik von, von, ähm... von, ähm... Meat Boy. Okay. Auf ein neues. Der gute Fantoon. Diesmal sollten wir doch eigentlich... Wir haben jetzt... Ja, wir haben... Das Einzige, was wir mehr haben, ist ein E-Tank. Was der eine E-Tank reißen wird. Weil wir haben halt echt nichts gefunden. Also Missiles, ja. Aber ansonsten gar nichts. Das ist so merkwürdig. Wir sollten vielleicht doch wieder zurück zu Legend of Zelda. Du wirst schon eine eltenlose Salzquelle. Das ist wahr. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Streamplop von Moni? Okay. So. Wir werden sehen, wie das diesmal läuft. Vier E-Tanks. Das muss... Ich meine, wir haben halt kein Shardspeam. Es sollte eigentlich klappen, oder? Komm schon. Vier E-Tanks. Das ist jetzt... Also... Das muss er jetzt eigentlich fast schon. Ah, schade. Aber kommt gleich. Okay. Gute... Gute Missiles. Wenigstens... Das ging schnell. Ah, du, du bist Ding. Und gerade eben nicht erwischt. Und acht Salz von Blob. Dankeschön. Nein, 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 nein. Wow. Super schnell. Das gefällt mir nicht. Okay, wir haben noch ein bisschen Leben. Eine Phase möchte ich noch machen. Danach können wir mal mit der Supermissile probieren. Sollte ja eigentlich gehen. Hätten wir halt schon zwei Metroid-Bosser gekillt. Das wäre super. Ja, Leben. Nice. Na, bloß noch elf Missiles. Hilfe. Okay, ja. Das sollte reichen. Nochmal zwei und dann... Ah. Ah, es reicht. Es reicht. Zwei Missiles noch einen. Super. Das müsste eigentlich passen. Zack. Ist nicht dein Ernst. Es ist nicht dein fucking Ernst. nichts. Ah, du bist so witzig, Blob. Du bist so unendlich witzig. Aber ganz ehrlich, du kannst mir meine Laune jetzt gerade eben nicht... Du kannst mir meine Laune jetzt gerade eben nicht verderben. Wir haben ihn endlich besiegt. Ah, Gott. Und neunmal Salz. Vielen Dank, Blob. Ah, das war aber echt nochmal knapper, als es hätte sein sollen. Puh, okay. Okay, wir haben Fenton erledigt. Das erste, was ich jetzt erstmal machen werde, ist speichern. Speichern und dann schauen, wo uns die geheime Tür nach Narnia hinführt. Was, 70 Salz insgesamt sind das schon? Echt? Und 10 Salz. Wie ist das denn? Keine Ahnung. So, wir können uns jetzt da unten auch das Item holen. Gott. Ein bisschen Spannung schadet doch nicht. Äh, ja. Es ist nur... Ich möchte es nicht unbedingt so knapp haben. Also ein bisschen Spannung ist gut, aber... Ich habe schon genügend Spannung hinter mir. Ich muss nie wieder im Leben Salz kaufen. Wie gesagt, ich kriege alles wieder, damit ich es neu schicken kann. Nochmal ein Hard-Container. Was zur Hölle? Wir haben halt auch schon so viele Herzen jetzt für... Für Legend of Zelda. Aber wir bekommen halt keine E-Tanks. Damit kann man so viele Center-Shocks draus machen. So, das haben wir. Das haben wir. Ach, komm. Wir gehen gleich eine Reise nach Narnia anschauen. Wo führt uns die Map-Station hin? Sie führt uns zur Karte. Das ist höchst uninteressant. Aber gut. Jetzt wissen wir es. Also gibt es zwei Teleporter im Moment. Vielleicht sogar mehr. Ich habe noch hoffenweise 1-5 Cent-Stücke rumliegen. Alle mir schicken. Das ist meine. Tja. Manche Leute sind eben nicht so geberisch, wie du, Blob-Vox. So nett. Oh, falscher Bereich. Entschuldigung. Ah, wobei. Nee, eigentlich... Eigentlich geht das ja. Also wir können uns hier... Vielleicht doch nicht. Ich wollte gerade sagen, wir können uns hier den E-Tank holen. Vielleicht ist es keine gute, so gute Idee. Ich glaube, es ist ja keine Doll-Streamerin. Ja, noch nicht. Ich bin halt unfassbar nett. Ja, das auf jeden Fall. Halt. Falscher Bereich. Da. Okay. Wir kommen voran. Jetzt brauchen wir hier bloß ein gutes Item. Bitte? Einmal ein gutes Item? Der Bogen. Yes. Sehr schön. Oh, super wichtig. Nice. Nice, nice, nice. Die hohe Technologie der Chozo. Der Bogen. Haben wir gerade den bekommen. So ein billiger Jagdbogen. Okay, wunderbar. Wunderwunderbar. Der Bogen war jetzt echt sehr wichtig. Endlich. Pfeile haben einen Sinn erhalten. Ja, endlich. Endlich bringt das was, die ganzen Pfeile, die wir eingesammelt haben. Jetzt muss ich ja bloß... Oh, shit. Leben wieder raus. Nein, nein, nein. So viel zu leben. Wieder raus. Viel zu knapp. Die Sache ist nur... Oh Gott. Oh nein. Du wirst mich nicht umbringen. Okay. Die Sache ist nur, wie fülle ich jetzt meine Leben wieder auf? Das wird jetzt richtig widerlich. Ich speichere erst mal. Und hoffe, dass mich kein... Kein Atom erwischt. Okay. Bedenkt, dass Dragon Patron bei Blob Fox ist. Da Dragon das Geld eh gegeben hat. Was Blob Fox gerade wieder an Dragon Killer gibt. Das Problem ist bloß, dass gerade eben Twitch damit dann auch ein Geschäft macht. Das ist das einzige Problem. Das heißt, sie gibt weniger Geld zurück, als sie bekommen hat. Das ist sogar mein Geld. Wow. Wieso sterbt ihr... Wieso sterbt ihr nicht? Was zur Hölle? Ich habe Plasma Beam, Leute. Das ist ein bisschen krasser. Können die nicht einfach so aushalten. Und ich meine, ich habe nichts außer Plasma Beam. Gott, hätte ich damals Plasma Beam nicht gefunden, ne? Das wäre eine Katastrophe gewesen. Und wenn Dragon auch noch gleichzeitig Twitch ist. Ja, mir gehört Twitch. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Und... Surprise. Die Tür ist offen. Nice. Au! Ich hoffe, dass mir jetzt kein Atom trifft. Was soll ich dazu sagen, wenn das der... Das müsste der Name von den Viechern sein. Müssten aber bloß Atome sein. Wir schieben den erstmal ganz easy runter hier. Das ist... Da mache ich mir gar keinen... Oh Gott, gar keinen Stress. Mit dem Blitz mache ich mir aber schon ein bisschen Stress. Wir haben nur so 67 Energie. Das ist nicht viel. Jetzt haben wir nur 57. Das ist toll. Geh schneller, du blöder Mülleimer. Hop, hop, hop. Okay, ein Herzcontainer. Es gibt es nicht. Ein Heartpiece halt. Wieso finden wir hier überall bloß Heartpieces? Was ist das denn? Oh, ich bin gleich so tot da drüben hier. Oh, so tot. So tot. Ich wünschte, ich könnte meinen Beam aufladen. Ich habe Supers. Ach, da ist gar kein Fliegevieh. Oh, doch. Nein. Löses Fliegevieh. Okay. Es geht voran. Es geht voran. Wir kommen... Ja. Jetzt mittlerweile kommen wir ganz gut voran. Also, wir haben zwar immer noch nicht die Sachen, die wir haben wollen. Und zumindest ein bisschen was. Jetzt machen wir eine lange Reise. Das ist die letzte Super im Spiel, ne? Haben wir jetzt nicht alle Supers? Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben gerade eben alle Supers im Spiel gefunden. Es ist... Was zur Hölle ist das denn? Was ist das für ein Seed? Ich hasse diesen Seed. Und nochmal ein Missile. Na ja, toll. Wir brauchen gute Items. Ich meine... Ja, ich darf mich jetzt nicht so beschweren. Wir haben gerade den Bogen gefunden. Das ist wohl eins der wichtigsten Items. Aber... Ist halt trotzdem ein bisschen lächerlich. Na ja. Wird schon. Wird schon. Oh, wir können gleich überhaupt nicht Schein sparken. Das ist... Uncool. Na ja, okay. Jetzt wieder. Jetzt geht das doch besser. Wunderbar. Ah, kommt schon. Irgendwas Gutes mal von Metroid. Wir haben so gute Sachen für... Für... A Link to the Past. Aber für Metroid halt gar nichts. Au. Ich werde fett, was? Oh nein. Ah, okay. Ich wollte gerade... Ich dachte gerade, man bräuchte irgendwas dafür. Zum Glück nicht. Okay. Wie gesagt, wir kommen voran. Es ist... Wir haben zwei Bosser besiegt. Das ist schon mal gut. Wir können den dritten besiegen. Passt schon. Was zur Hölle ist das überhaupt für ein Thema im Chat? Was zur Hölle? Es ist wieder so ein typisches Kurz-nach-zwölf-Thema, ne? 20 Rupees. Ich glaube es nicht. Ich fass es nicht, dass wir das für 20 Rupees gemacht haben. Immer und immer wieder. Wir haben bisher keine weitere Powerbombe gefunden. Und fünf Pfeile. Das Spiel hasst mich. Aber auf der anderen Seite, das müsste halt anfangen, irgendwann richtig krass Items rauszuhauen. So langsam können wir dem gesamten Spiel im Kapperkopf auf die Stürme kleben. Ja. Macht dann auch nichts mehr aus. Was? Ich dachte, es wären alle Supers. Jetzt müssen wir aber... Hä? Es gibt doch noch 50 Supers, oder? Ich bin gerade richtig verwirrt. Wie viele Supers gibt es in dem Teil? Ich dachte 50. Sind wir jetzt aber nicht dann über 50? Wir werden sehen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Aber hey, wir haben das Rackchip fertig. Ja, 50, ne? Also. Ich glaube, wir haben gerade eben über 50. Oh, ich wäre beinahe an dem Fisch gestorben. Ich dachte nicht, dass es so viel Schaden macht. Okay, und zurück. Und dann endlich wieder zu Legend of Zelda. Jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen was anderes sehen. So, du bist platt. Du bist platt. Und wir haben's. Nice. Herzlich geschlafen. Gute Nacht. Okay, danke, dass dabei war's, TeguSanta. Und dann wünsche ich eine gute Nacht. Was meinen die, wir sind jetzt eigentlich immer, solange sie bequem sind, sind sie perfekt. Angucken braucht man sowas nicht. Okay. Ja, wir haben 55. Ach. Die Items wurden auch noch gerandomized. Nicht nur verschoben, sondern auch noch gemischt. Deswegen bekommen wir so viele Supers und so wenig Powerbomben. Oh. Ich hoffe mal nicht, dass es nur 5 Powerbomben im Spiel gibt. Das wäre ein bisschen uncool. Das wäre definitiv uncool. Ja, schau mal. Aber das erklärt es einiges. Okay. Ah, das wusste ich nicht, dass es so funktioniert. Du sollst den Chat nicht vorlesen. Ja, okay. Ich hab's auch gemerkt. So, back in Legend of Zelda. Immer so unzufrieden damit, äh... Okay. Ich lese den Chat nicht mehr vor. Das ist... Nicht gut. Nichts, ähm... Nichts jugendfreies hier in dem Chat. Sei glücklich, dass Item-Container immerhin 5 Einheiten geben. Sonst stündest du bei deinem Glück wahrscheinlich mit 8,5 E-Tanks. Und 2 Powerbomben da. Ja. Wahrscheinlich. Oder 8,5 E-Tanks. Das meinst du. Ähm, so. Wie gesagt, wir haben den Bogen. Was tue ich immer? Hilfe. Ja, wir haben den Bogen. Nice. Äh, ja. Dann auf zum Eastern Palace. Machen wir den platt. Ich muss bloß irgendwie meinen Weg finden. Und dann müssen wir mal in die Dark World. Das ist halt auch das. Wir bekommen überhaupt keinen Dark World-Zugang. Aber wir one-hitten jetzt halt alles. Nice. Sehr schön. Okay. Okay. Und... Dann machen wir alles platt. Dann können wir... Nee, halt. Ich wollte gerade sagen, Desert Palace können wir dann auch machen. Aber... Nee. Können wir natürlich nicht. Dafür brauchen wir leider noch den... Den Handschuh. Für viele Sachen jetzt eigentlich brauchen wir einen Handschuh. Hm. Okay. Sobald wir da fertig sind, gehen wir dann die Flasche abgeben. Was haben wir dann sonst noch? Jubilität können wir nicht machen. Das war's dann fast schon wieder. Ach, Flippers. Klar. Genau. Schwert von meinem BF, was? So. Herzchen. Tote Skelett. Tote Skelett. Nice. Okay. Wie gesagt, auf zum Boss. Leute. Aber nein. Oder? Nee. Das ist nicht so... Ist nicht so toll, was ich da so lese. Bitte mal ein bisschen wieder zurückfahren. Es ist ja... Es ist ja schlimm gerade eben. Au. Wir haben ganz anders rein als das letzte Mal, als wir hier waren. Sehr schön. Und hey, wir haben 500 Rupees. Also von dem her, es hat sich doch gelohnt, die ganzen 20er anzusammeln. Okay. Ja, okay. Okay. Wir sind durch. Yes. Wieso dreck? Ich will immer die falsche Taste drücken. Mann. So, ins Gesicht, Kollege, ins Gesicht Yes, sehr schön Habe ich den armes Quickkill hinbekommen? Keine Ahnung Müssen wir mal schauen Ah, ich habe vergessen aufzuladen Und ich habe vergessen zu treffen Wow Wow, ich habe alles verschossen Hilfe Lass mich in Ruhe Wie ich einfach... Okay Okay Dankeschön Das war was Wir kommen hier nicht normalerweise mit einer Fee? Nein? Okay, toll So, du stellst dich hier hin Und dann In sich im Kreis Ja, und dann stehst du schon mal falsch Dann stirbst du gleich Oh Gott Okay, kein Quickkill für mich Ich kann das nicht Man muss ja bloß zwei übrig lassen Und die dann gleichzeitig töten Ja, nur wie töte ich die jetzt gleichzeitig? Achso, sollten die ja auch easy gehen, nicht wahr? Den haben wir zwar mal angehittet Irgendwie, die kommen gar nicht so zusammen Ja, okay Nein Shit Wieso bin ich denn... Oh, ich habe eine Fee Aber wie konnte ich denn bei Armor sterben? Weil ich den Quickkill machen wollte Deswegen So, halt die Schnauze, du roter Drecksack Da Er gibt mir 20 Rupees Story of my life Wir sind nämlich die Bossmusik an Ridley Firmas Super Metroid Da fehlen nur zwei Töne und das Tempest etwas zu hören Ansonsten ist die quasi identisch Ja, ziemlich Relativ Also es... Sie fällt ein bisschen anders ab dann Aber ansonsten Perfekte Zeit zum Aufhören Ich weiß es nicht Hören wir auf? Hören wir nicht auf? Wenn ihr vielleicht mal davon aufhören könntet Über Bäume zu reden Könnten wir vielleicht mal wieder ein bisschen Was interessantes besprechen Ähm Äh, okay Okay, der Boss ist erledigt Das mache ich mal weg Dann geben wir auf jeden Fall noch die Flasche ab So, wie wir über Brüste reden Nein, bitte nicht So, schauen wir mal, was wir bei der Flasche bekommen Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob Blob, dass Blobfox gerade eben da ist Ähm Oder irgendwas anderes Aber Der Chat ist gerade eben Sehr merkwürdig unterwegs So, was finden wir hier? Das muss jetzt irgendwas sehr, sehr Gutes sein Ich hoffe es zumindest Irgendwie Gibst du mir einen Handschuh? Bitte Ich bin ein Rupee Schade Machen wir jetzt weiter Achso, Flippers Ja, okay Dann schwimmen wir eine Runde Ich meine von Vom Chat bekomme ich ja hier gerade eben keine Antwort Der Chat ist einfach komplett durch Dann schwimmen wir eben eine Runde Ich frage jetzt bloß, wo schwimmen wir hin? Die Frauen im Chat wirken sich negativ auf Typen aus Das ist echt ein geiles Spiel, auch so entspannt Naja, das ist jetzt nicht Ultra aufreibend Das ist halt das Äh, ne Oh Gott Was war das denn? Da komme ich aber leider nirgendwo entlang Ich kenne das Spiel leider kaum Sorry, schwimmen hört sich aber gut an Mir ist schon wieder warm Obwohl es heute nicht mal so sonnig war Bei mir ist es aber schon ziemlich warm Also so ein bisschen Ja, so ein Pool zu springen Wäre schon eine schöne Sache Definitiv Wie genau komme ich in das Wasserbecken? Das müsste doch das hier jetzt sein, oder? War ich ja nicht gerade eben schon Ja, unter der Brücke muss ich drunter Genau Ah, okay Ich muss da ganz südlich gehen 15 Grad max am Tag Uh, das ist nicht schön Oh, 300 Rupees Die will ich ja eigentlich haben Kann ich ja aber nicht Weil mir Spielen nichts gibt Äh, so Dark Souls ist auch nur dann entspannt Äh, wenn man bereits ein paar Runs gemacht hat Das erste Mal Können die Hölle auf Erden sein Yeah, schon, aber Ich hab sie ja schon durchgespielt Das ist ja das Au Das ist ja die Sache Wir reden ja davon, dass ich ein Spiel Wie gesagt, ich kenne mich mittlerweile mit Dark Souls schon aus Yo, was geht? Gib mir irgendwas Tolles Wie viele 20 Rupees kann es geben? Ich bekomme halt echt nichts Ich brauche den Spiegel oder sowas Wo sonst könnte ich noch hin? Habe ich irgendwas vergessen? Ich könnte ein Gauntlet machen Aber das will ich halt nicht Komme ich auch nicht voran Ich kann zu Ich kann nur zu Zora Zu Zora gehen Hm So Gehen wir da rein Zwei Sturzspielen von DS Äh, mir fehlt nur noch Der erste Teil Da hänge ich an den 4 Kings Ja, dann bist du ja schon gut dabei Zwei Kisten Zwei mal 20 Rupees Was ist zu Hölle? Ach Es ist unglaublich, dieses Spiel Es ist unglaublich Wie kann es denn sein, dass es Gibt es wirklich so viele Rupees? Noch mehr 20 Rupees? Was? Hä? Also ich weiß, dass es viele gibt Aber doch nicht so viel Und danke für die sieben Kappas, Blob 4 Kings können fies werden Wenn man Einzelne nicht schnell genug erledigt Ja, also 4 Kings können echt fies sein Aber Ja, wenn man schon da ist Dann hat man es ja wie gesagt schon fast hinter sich Link to the Past? Ja E-Tank E-Tank E-Tank, naja okay Genau das ganz normale Link to the Past Mit E-Tanks Wir haben gerade ein richtig großes Problem Na Wir haben keine Handschuhe Wir haben kein Wir haben nichts Ich weiß gerade echt nicht, wo ich weitermachen soll Wir haben sogar Fentoumen jetzt besiegt Wiridia Hm Wo kann ich in Legend of Zelda noch weitermachen? Ich komme da nirgendwo hoch Wäre gut gewesen, wenn der jetzt 20 Rubinen ausgespuckt hätte Das hätte schon was gehabt Ja, das ist eine der schönsten Sachen Wenn der erstmal Wenn der erstmal die Leute komplett verwirrt Die in den Stream kommen Oh, ich kann Arganim machen Stimmt Vollkommen vergessen Ja, okay Der muss noch mal was geben Beziehungsweise So komme ich auch in die Dark World Ja, logisch Okay Okay Ja, es ist halt irgendwie immer noch die große Frage, ne Spielen wir weiter oder nicht Aber irgendwie Du bekommst halt echt keine Antwort vom Chat gerade eben Kann das mal ein Evil Plan durchschauen mit den Bits Welchen Evil Plan? Ja, Hilfe Irgendwie hat den Defend wirklich niemand durchschaut Blob Hm, okay Immer weiter Leider blieb mir Überraschungseffekt verwehrt Weil ich es am Titel und an Bennys Experimentfreudigkeit schon raten konnte Heute habe ich es trotzdem von Anfang an Ja, du musst auch zum guten Zeitpunkt kommen Wo gerade eben sowas passiert Wie zum Beispiel Wenn der Zora halt einen E-Tank ausspuckt oder sowas Wo du plötzlich halt ein paar Bomben findest In Super Metroid Ich dachte um eins wechseln hier Ja, das ist halt Zwei Leute vom Chat habe ich dazu bekommen Mir zu antworten Dass wir vielleicht um eins Nee, ich habe vorgeschlagen um eins zu wechseln Daraufhin haben zwei Leute geantwortet Ich muss zum Castle Meine Gute Mal speichern und beenden Ja, nee, machen wir nicht Ich weiß nicht, was es auf japanisch heißt In 3S-Version von Link to the Past Sind die Vogelfiguren Die da rumstehen nach hinten geneigt Das sind 2D-Figuren entspricht Okay Ich weiß gerade nicht, welche Vogelfigure du meinst, aber okay Haben doch alle zugestimmt Ja, dann spielen wir Dark Souls, oder wie? Und jetzt kommt eine Autonachricht Willkommen im Chat Wieso kommt eine Autonachricht? Hä? Was hat Nixios da alles eingestellt? Das habe ich nie eingestellt, dass eine Nachricht kommen soll Willkommen im Chat Ah, Nixios Muss ich erstmal gucken Was da alles beim Automod jetzt drin ist Dark Souls um ein und nachts Das wird lustig Das wird eigentlich easy Sollen wir das Arganim noch platt Ach Sollen wir das Arganim noch platt machen Oder sollen wir direkt wechseln? Nächstes Jahr, es hat nichts gemacht Sicher? Ja, aber ich habe nie eine Willkommensnachricht geschickt So eine normale Nachricht Wie eine normale Nachricht Eigentlich, du musst ja irgendwas einstellen Dafür, dass so eine Nachricht kommt Das ist halt das Es geht nicht darum, dass es verzögert ist Sondern dass überhaupt so eine Nachricht kommt Und was meinst du? Ach, in Grau Ach das Okay, jetzt Jetzt weiß ich, was du meinst Schnell platt machen, okay Ja, es gibt ne Dings Es gibt auch ein Es gibt auch ein Command dafür Dass du Dass du begrüßt wirst Theoretisch Und dass du dich dann halt mit dem Emote melden kannst Das meinte ich Ja, ja, ja Ist leicht grauer, klar Das kommt bei dir, okay Dann bist du vielleicht auch kurz rausgewechselt Ja, wir hören dich Du musst nicht schreien, Elding Wir hören dich gut Und So Wie gesagt, machen wir schnell Ageln in den Platt Frau Caps Lock Guck mal Frau Caps Lock Ach ja Da ist ja gar nichts Verdammt Was hat sie gesagt? Stimmt ja Da ist ja gar nichts drin Da ist ja ein Schlüssel drin Ich hab an Key Sanity gedacht Verdammt Ne, egal Dann machen wir trotzdem Machen wir trotzdem nochmal platt Den guten Nager nehmen Wieso drücke ich immer die falsche Taste? Also ihr könnt schon mal entscheiden Dark Souls 1, Dark Souls 3 Oh, da ist ne Kiste Hai Kiste Das sind ja schon zwei Frauen Du hast es erfasst Kuma Es waren sogar zeitweise drei Frauen Weil Steffi auch da war Schon Ja Das ist hier oben Von uns Kuma Da geht's lang Drei Eins Eins Das war die falsche Taste Nicht daraus Okay Also fast da Form eins Weil drei langweilig ist Steffi zähl nicht Die mobbt mich So Schneide durch Ne, ne Nicht auf dem PC Ich werde mir jetzt nicht Also wenn du es mir bezahlst Dann hole ich es mir für den PC Teufel werde ich aber tun Das ist jetzt nochmal zu kaufen Vor allem Was ist der Unterschied? Oh, alle gehen mal besiegen Okay So kommen wir wenigstens mal in die Dark World Oh, das ist toll Das hätte ich schon eine lange Zeit machen müssen Das wäre das gewesen Na, egal Egal Passt ja Warte, ich drehe eben die Zeit vor Auf den SummerSale 2018 Dann werde ich es mir trotzdem nicht kaufen Das ist Hallo? Wieso sollte ich mir Dark Souls 3 nochmal kaufen? Ich habe die PS4 Version hier Mit Season Pass Wie gesagt, da werde ich mir jetzt nicht nochmal Dark Souls 3 kaufen Aua Toll Also ich glaube, wir sind ausgeglichen Das Game habe ich auch viermal hier Da bist du selber schuld Ich würde es hier für 13 Euro kaufen Warum jetzt noch bloß andere Leute für die Für die anderen Für die anderen 47 Euro Meint doch nur, dass ihr es hier zum SummerSale schenkt Ja, das will ich hoffen Besser liegt Menschen wie dich und ich So, Aganim Was geht? Der Ursprung des Tennisgefechts Naja, zumindest Wow Teilweise Was zur Hölle Okay Ich habe keine Ahnung mehr, wie man den links Über den Ball treffen muss Okay Er wäre jetzt schon beinahe tot gewesen Das ist das Problem So ist es, glaube ich, leichter Na, es ist fancier Ob es das jetzt besser macht Na, es ist vielleicht doch leichter Tatsächlich Weil es dann nicht auf den Winkel des Schwärzes ankommt Glaube ich Na, okay Das funktioniert besser Na, also Na, schade Oh, weg Okay Noch ein Schlag, glaube ich Ha, ohne hinzugucken Zack Ins Gesicht Ach, komm schon Du schätzt Und jetzt mach dir nochmal den Blitz Ist nicht dein Ernst Au Hey Immer noch nicht tot Okay Und mehr von diesen Blue Balls, ne Wow Das ist ein richtig schlechter Kampf gegen ihn Okay, ja Ich habe die ersten zwei verhauen Aber Ich wusste ja nicht, dass es mich so bestraft Das Spiel Na, also Damit ist er platt Sehr schön Damit sind wir der Dark World Wunderschön Da, guck Jetzt sind wir ein Hase Und einer der besten Musikstücke einfach Man hört sich zwar bloß so kurz Aber es sieht so gut Die Musik Und ich finde Missiles Ich fass es nicht Genau das, was ich haben wollte Das Problem ist halt Ich muss jetzt ganz dringend irgendwas finden Ansonsten habe ich ein großes Problem, ne Wobei ich kann ja immer wieder speichern und beenden Okay Skull Woods ist Okay und ist dann Sind wir hässlich Ey Der Arme Gar nichts dafür Hier sind mehr Skyrim-Versionen als Chat-Mitglieder existent So, also dann beenden wir jetzt, oder wie Und dann machen wir Dark Souls 3 Also ich muss erst mal gucken gerade Gut, das können wir auch gleich machen Dark Souls 3 Dark Souls 3 Eins ist toll Eins Und so, dann ist es dasselbe Ja, okay Ja, zwei zu zwei steht Okay, Kuma sagt jetzt auch noch Dark Souls 1 Schmetter vielleicht ins Bett Okay, danke, dass du mal was Xamog wünscht dir eine gute Nacht Okay, 3-3, 1-1 Okay, jetzt kommt noch mal ein bisschen was So, wir beenden jetzt aber auf jeden Fall mal den Randomizer Was wir da auch vorankommen Dann müssen wir jetzt einfach mal schauen Wie das Ganze das nächste Mal laufen wird Ich will das auf jeden Fall dann demnächst weiterspielen Und ja, wie gesagt, dann schauen wir mal Was wir da weitermachen werden Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das Video auf YouTube hochladen werde Oder will Ich würde fast mal sagen In einem Stück Auch wenn es den meisten Leuten nicht so gefallen wird Ähm, aber Ja, das jetzt irgendwie in Stundenparts zu cutten Macht auch keinen Sinn Weil man halt viel rumrennt auch Deswegen machen wir es so Dass ich wahrscheinlich das in einem Stück hochhau Und Ähm Ja Dann würde ich sagen War es das für heute Mit dem Super Metroid A Link to the Past Crossover Randomizer Wir haben einige witzige Sachen gesehen Und das nächste Mal wird es dann glaube ich Ein bisschen mehr Ja, wie gesagt, zur Sache gehen Dass wir ein paar Bosse erledigen Ein paar Dungeons erledigen Vor allem halt jetzt In Legend of Zelda ein bisschen vorankommen Äh, in Metroid sind wir jetzt eigentlich schon Halbfertig Sagen wir mal Äh, jetzt fehlt halt noch viel in Ähm A Link to the Past Aber da werden wir dann auch Schnell vorankommen Ist halt irgendwo das aufwendigere Spiel Muss man sagen Weil es mehr Weil es mehr Vorbereitung braucht Gut Also dann Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao